Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Wir haben uns zusammengefunden zu einer Sonderfolge sozusagen, um über die Ankündigung von der Nintendo Switch zu sprechen. Es gibt endlich erste Informationen über die neue Nintendo-Konsole, bisher als Nintendo NX bekannt. Und ich diskutiere allerdings heute nicht mit Jochen, sondern mit Teut. Teut Weidemann ist bekannt aus unserer Altbier-Folge zu Söldner, ist auch quasi rundum qualifiziert, um mit mir über die neue Konsole zu sprechen, hat selber früher ein Entwicklungsstudio geleitet, war in leitender Position bei Publishern und ist auch noch ein Experte für Mobile Games. Und die NX bzw. Switch ist ja ein Hybrid aus stationärer Konsole und Mobile. Das heißt, besser geht's nicht. Hallo Teut. Ja, hallo. Und der Grund, dass ich das mit dir alleine mache, ist, dass sich Jochen Gebauer ungefähr 40 Minuten vor dieser Sendung krank gemeldet hat. Deswegen würde ich natürlich gerne einsteigen mit unserem Sonderabteil. Was wir am meisten an Jochen Gebauer hassen. Teut, was ist die erste Erinnerung, die du hast? Warum hast du Jochen Gebauer am meisten? Weil er sich krank meldet, wenn es um Themen geht, die er nicht vertritt. Ich weiß nicht, ob man ein Nintendo-Fanboy ist. Das glaube ich nicht. Nein, nein, nein. Ich bin der Nintendo-Fanboy im Bunde sozusagen. Aber na gut. Dann würde ich sagen, ohne weiteres Federlesen, wir sind auch hier am Samstagmorgen um 10.30 Uhr. Es gibt also quasi kein Bier zu verkosten hier. Ich sitze hier auch mit einem Kaffee. Weiß nicht, ob du irgendein fantastisches Getränk hast, über das wir belanglose Dinge sagen können? Tizio-Kaffee, kalt von Aldi, Süd, Latte Macchiato, weniger süß. Ja, ist ja super. Ich habe immerhin einen Ibiza-Kaffee von Dominik bei uns aus dem Forum. Den hat er mir sogar persönlich vorbeigebracht. Danke, Dominik. Jetzt aber mal über die Nintendo Switch geredet, wie sie denn nun heißt. Ich würde sagen, ich erzähle vielleicht erst mal, was inzwischen so bekannt ist. Also wie erwartet ist das Ding eine Hybrid-Konsole, bestehend aus so einer kleinen, tabletartigen, zentralen Einheit. Die kann man einmal in eine Dockingstation stecken, die dann mit dem Fernseher verbunden ist und dann funktioniert sie im Grunde genau ein bisschen wie eine klassische Konsole. Man kann die mit so einem Pro-Controller, nenne ich das jetzt mal, bedienen. Ähnlich wie es den auch schon zum Beispiel für die Wii U gibt. Es gibt allerdings auch einen Controller zum Zusammenstecken. Das sind zwei Bedienelemente, die kann man entweder links und rechts an dieses Tablet anstecken und dann kann man es aus seiner Dockingstation rausnehmen und dann wird es quasi zu einem Handheld, auch mit zwei Analogsticks links und rechts, jeweils vier Buttons. Oder man kann die in so eine Art Plastikhalterung schieben und dann wird es daraus auch nochmal ein Controller. Sieht ein bisschen komisch aus, weil die Analogsticks sind links und rechts immer nach oben und unten versetzt in dem Controller. Es liegt daran, dass die beiden Ansteckteile auch separat zu benutzen sind für lokalen Multiplayer mit Spielen, die einfach nicht zwei Analogsticks brauchen. Dann hat jeder einen Analogstick und vier Buttons auf jedem dieser Einzelteile und dann kann man damit auch lokalen Multiplayer machen, auch auf der kleinen mobilen Tablet-Einheit sozusagen. Da gibt es Szenen in dem Trailer, wo die Leute so im Splitscreen spielen sozusagen. Sieht ganz ulkig aus. Man kann das Ding auch mitnehmen und untereinander vernetzen. So ein bisschen, wie man das halt auch schon zum Beispiel vom Game Boy und vom 3DS und so kennt. Das heißt also, im Großen und Ganzen keine gigantischen Überraschungen, was das Ding angeht. Releases im März 2017, das wurde auch schon vorher lange gerüchtelt. 48 Hersteller haben Support zugesagt anhand einer Grafik, die Nintendo veröffentlicht hat. Das ist erstmal sehr ordentlich. Ist auch deutlich mehr, als sie damals bei der Wii U vorzuweisen hatten. Jetzt ist natürlich die große Frage, ob das denn was anderes ist, als die Portierung von irgendwelchen alten Spielen. Zu sehen waren nur Titel wie NBA 2K17 und Skyrim HD. Und da hat sogar Bethesda im Nachgang nochmal gesagt, so ja, bestätigt haben wir noch nicht, dass das für diese Switch-Konsole kommt. Aber wir haben gerne mit Nintendo kooperiert. Bisschen eigenartig, aber wahrscheinlich wollen sie natürlich erstmal auf den Plattformen verkaufen, die jetzt demnächst erscheinen. Und März 2017 kann man sich hinterher immer noch drum kümmern. So, langer Eingangsmonolog. Toll, ich frage dich erstmal, was ist dein Eindruck? Hat dir das gefallen, was du gesehen hast? Ja, natürlich hast du mir gefallen. Lass mich erstmal noch zwei, drei Sachen ergänzen, die du gesagt hast. Gerne. Du hast gesagt, dass dieser Analog-Stick auf der einen Seite unten und auf der anderen Seite oben ist. Das liegt unter anderem auch daran, dass wenn du den Pro-Controller anschaust, da ist das auch so, so wie bei einigen anderen Kontrollern, die da so bei anderen Konsolen rumfliegen. Wenn jetzt diese zwei Seitenteile an das Plastikteil dranschließt, dann hat dieser separate Controller, wenn das Ding in der Dockingstation steht, das gleiche Layout wie der Pro-Controller. Wenn du das mal genau anschaust, dann ist das einer der Gründe, warum sie das so gemacht haben. Genau. Das zweite, was ein bisschen untergegangen ist in den Videos, ist, die Switch hat zwei Shoulder-Buttons auch vorne dran. Das heißt, wenn du das Ding in der Hand hast, hält sich das fast so wie die Remote-Einheit von der Wii U. Fühlt sich also ähnlich an. Ich glaube, das Größenverhältnis dürfte noch ähnlich sein. Das ist so einer der Gründe, um der eine unten, der eine oben ist. Neben dem Fakt, dass du die dann abstecken kannst und dann halt einzeln verwenden, wenn du zu zweit dann eine Konsole spielst. Das ist ja so ein Spielmodus, der ist sehr, sehr beliebt, aber ist leider ein bisschen untergegangen bei der Playstation und bei der Xbox. Ist nicht mehr so beliebt. War aber bei der vorherigen Generation so eine der Modi, die viele Leute sehr gerne gespielt haben. Was noch durchgesickert ist, scheint so zu sein, dass die Konsole auf 720p läuft, also auf der HD-Ready-Auflösung. Und wenn du sie in die Dockenstation steckst, läuft sie mit 1080p, also sprich mit Full HD. Das sind so zwei Sachen, die dann noch durch kamen. Was auch nicht von Nintendo beworben worden ist in dem Video, was aber durch die Dev-Kits durchgesickert ist von den Entwicklern, die ich kenne, ist, dass das Ding einen vollen Touchscreen hat. Also mit zehn Punkten gleichzeitig. Also man kann praktisch zehn Punkte gleichzeitig drücken, die er dann erkennen kann. Also Multitouch quasi. Multitouch, genau. Der Grund, warum wir das nicht so beworben haben, glaube ich, ist, dass das natürlich ein kleines Problem mit sich bringt. Für Entwickler die darauf entwickeln, weil wenn du das, sag mal, du machst ein Spiel, was rein nur Touch ist, dann hast du das Problem, wenn das Ding in die Dockenstation stellst, weil dann kannst du den Touch nicht mehr benutzen. Das ist so eine Sache, die Nintendo wahrscheinlich nicht so bewerben will, weil das komisch wirkt. Es sei denn, es gibt Leute, die sagen, hör mal zu, ich mach hier ein Spiel, das geht rein nur ohne Dockenstation, dann ist das okay. Das wird sicherlich so kommen. Ja, das sind so zwei der Gleichkeiten, die da noch nicht so bekannt geworden sind. Was mich ein bisschen gewundert hat, sind die Lüftungsschlitze, die das Teil hat. Das liegt an der Technologie, die es benutzt. Da ist ja ein Tigrad-Chip drin. Der ist bekannt, dass man ein bisschen heiß wird, was schlecht für die Batterielaufzeit wäre. Aber auf der anderen Seite natürlich sehr schön für die Grafik. Da muss man gucken, wie sich das auswirkt dann nachher, wenn man das Ding auch wirklich benutzt. Aber das war jetzt nur noch der Hinweis, wie das mit diesen Kontrollern funktioniert. Die scheinen also wirklich sowohl einen direkten Kontakt zur Konsole zu haben, wenn man sie an die Seite reinsteckt, als auch dann halt per Funk mit der Konsole kommunizieren zu können. Was die Entwickler so sagen, ist, dass die Hardcore-Entwickler, die natürlich sehr große Playstation- und Xbox-Fans sind, dass sie nicht gerade begeistert sind. Die sind alteingesessen, die wollen ihre Shooter sehen, ihre Battlefields und ihre Call of Duties und sowas. Dafür ist die Konsole gar nicht gebaut. Ich glaube, dass Nintendo hier wieder in der Lücke stößt, wie sie es immer machen. Man weiß, dass, sobald Nintendo etwas Neues vorstellt, jeder immer erst mal so, ja, ich weiß ja nicht, Nintendo sollte ihre Spiele vielleicht für andere Konsolen machen. Das kommt immer wieder, wenn sie sowas tun. Und im Nachhinein haben sie dann doch, ich sage mal, ein bisschen Recht, dass sie ein bisschen Innovationen mit sich bringen. Ich mag es, dass es portable ist, dass ich die Nintendo-Spiele, die ich so sehr liebe, mitnehmen kann, egal wohin. Dass sie auf Multiplayer-Wert legen, sowohl zu zweit an einem Bildschirm, als auch, ich sage es mal, zu viert im Kreis und vielleicht mal zu acht an vier Bildschirmen, wer weiß. Das ist wichtig für Spiele wie, sagen wir, Splatoon. Das ist eine Sache, die jetzt ohne, dass man unbedingt ein Internet braucht, glaube ich, die Konsole ganz schön nach vorne schieben könnte. Ich finde, das, was Nintendo da macht, das ist noch so ein bisschen untergegangen da draußen. Sie vereinigen ihr gesamtes Universum, sowohl von 3DS als auch von der Wii U, in eine Konsole. Sodass sie eigentlich sowohl 3DS als auch die Wii U nicht mehr brauchen. Die Wii U wird ja angeblich in der Produktion eingestellt und komplett ersetzt durch die Switch. Heißt aber, dass alle Spiele laufen sollten auf dem Ding, beziehungsweise einfach portierbar. Das Ding ist Cartridge-Space, das heißt, es steht nichts im Weg, dass 3DS-Spiele drauflaufen. Was ein bisschen komisch ist, ich habe echt in Zeitlupe dieses Video angeschaut und habe versucht herauszufinden, ob der Cartridge-Slot 1 zu 1 so aussieht, wie der von 3DS. Weil stell dir mal vor, du könntest deine 3DS-Module in der Switch benutzen. Das wäre natürlich die Schau. Das haben sie schon quasi abgeschossen. Also es wird nicht abwärtskompatibel sein zum 3DS. Ja, das heißt, dann werden sie die Spiele portieren. Der 3DS hat natürlich einen 3D-Bildschirm, das ist aber eher nur so ein Gimmick. Die meisten, die ich kenne, schalten das aus. Du hast da zwei Bildschirme übereinander, die könnte man, wenn man das Ding hochkant nimmt, ohne Probleme auf das Ding draufbringen und trotzdem alle 3DS-Spiele spielen. Ein Touch hat sie auch, ja, auch mit Stift oder ohne, ist ja eigentlich egal. Das heißt, man könnte die Spiele eigentlich relativ komfortabel rüberholen. Genau, auch wenn du es aufteilst. Also stell dir mal vor, du könntest so einen 3DS-Titel, dann ist der, die mobile Einheit könnte ja theoretisch vielleicht auch den Touchscreen übernehmen und der andere Teil könnte auf dem Fernseher laufen. Ich weiß nicht, ob die automatisch immer nur quasi spiegeln kann. Also ob es entweder auf dem Fernseher läuft oder ob das wie auf der Wii U sein kann, dass diese mobile Einheit trotzdem noch irgendwo zusätzlich eine Second-Screen-Funktion übernehmen kann. Das ist so ein bisschen umstritten. Das war bis heute nicht erfolgreich und das hat auch seine Gründe. Wenn du mit dem Second-Screen spielst vor dem Fernseher, hast du ein Fokusproblem. Du musst also in die Ferne fokussieren, wenn du auf den Fernseher guckst und in die Nähe fokussieren, wenn du auf das Touchpad schaust. Und dieser Umstand ist relativ anstrengend für die Augen und macht dementsprechend das Spiel nachher auch anstrengend. Deswegen funktioniert das noch nicht ganz so gut. Die Erfahrung damit hat Nintendo schon mal gesammelt, als sie mit dem Gamecube, da konntest du nämlich dein DS anschließen und konntest den als Second-Screen verwenden. Das ging in Zelda und in so einem Spiel. Da war praktisch dein Gameboy, war dein Inventar. Und das haben die Leute nicht so gut angenommen. Und das liegt unter anderem da dran, dass du entweder dich auf die Ferne konzentrieren willst oder halt auf die Nähe. Ja, aber auf beides gleichzeitig in einem Spiel ist es sehr, sehr anstrengend. Deswegen glaube ich nicht, dass das so der Hit werden wird. Aber das Wichtige für mich ist, dass der Software-Support besser sein wird als auf der Wii U. Auf der Wii U ist ja der einzige, der richtig gut Umsatz gemacht hat, Nintendo selber. Alle anderen haben bei der Nintendo-Konsole dementsprechend immer Probleme gehabt. Das war bei der Wii, bei der Original-Wii entsprechend ähnlich. Das liegt an vielen kleinen Sachen. Zum Beispiel, dass man Spiele nicht einfach portieren kann. Man muss sie immer neu schreiben für die Wii, beziehungsweise Wii U, weil die Hardware ist ja A schwächer und B anders. Und da muss man sich halt komplett auf Nintendo stürzen. Aber in dieses Ecosystem reinzugehen, dass man sagt, als großer Publisher wie Electronic Arts, ich habe hier ein Spiel, das bringe ich jetzt auf Playstation 4, auf Xbox One und auf Wii U raus. Das ist halt selten der Fall. Und das ist aber das, was die großen Publisher wollen. Die wollen ja den Umsatz auf allen Plattformen erhöhen, damit sie ihr Return of Investment, also ihre Gewinne steigern können von so einem Spiel, die Stückzahlen erhöhen. Und das wird da nicht so sein. Allerdings, der Vorteil ist, dass diese typische Trennung, die es bei Nintendo gibt, bei den Entwicklern, nämlich diejenigen, die für Wii U entwickeln und diejenigen, die für 3DS entwickeln, dass die sich jetzt zusammentun können und nur noch auf einer entwickeln. Kannst du so vorstellen, es gibt einige Studios, vor allem in Japan, die machen rein nur 3DS-Spiele. Das kennt man hier so gar nicht. Weil der 3DS ist ja enorm erfolgreich. Das ist immer noch die meistverkaufte Konsole in Japan. Jeden Monat verkauft sie sich mehr als Playstation 4 und Xbox zusammen. Und es gibt sehr, sehr schöne Spiele, JRPGs und wie sie alle heißen, die Dinger, die ich liebe. Und jetzt ist es so, dass wenn beide Konsolen abgelöst werden durch die Switch, dass sich beide auf ein Ecosystem stürzen können. Und dadurch wird der Software-Support besser. Das heißt, es wird sehr viel mehr Spiele für die Switch geben als für die Wii U. Für Nintendo selber ja auch. Alleine für die ist es ja, sag ich mal, ein bisschen streamlined. Also sie müssen jetzt dann auch nicht mehr für ihre Mobile-Plattformen separat einen Mario rausbringen, einen Mario Kart rausbringen und so. Genau, das haben sie allerdings relativ gerne gemacht. Es hat eigentlich immer nur die anderen gestört, nicht Nintendo selber. Und die anderen, wenn es nur noch ein Ecosystem gibt, was sowohl portabel ist als auch zu Hause, kannst du dann speziell das Spiel darauf tunen und dementsprechend da portieren. Es gibt eigentlich keinen Grund mehr, dann nicht für Nintendo zu entwickeln. Du musst dir das so vorstellen, wenn du zu Electronic Arts gehst, dann sagst du immer, zukommt das Spiel für die Wii U. Dann geben wir das Spiel meistens irgendeinem externen Studio, was das Ding portiert auf Wii U. Und wenn es geht, ganz billig. Und dementsprechend leider die Qualität, weil das halt nicht so einfach geht. Heutzutage kann man auf Xbox One und auf Playstation 4 fast parallel entwickeln. Die haben die gleichen Chips drin, die haben den gleichen Prozessor, die gleiche Grafikeinheit. Da kann man relativ gut was machen und dann kann man auch speziell anpassen auf die zwei Systeme. Und dann kann man sehr gut kostengünstig entwickeln. Kostengünstig in Anführungszeichen. Und das war bei Nintendo halt immer das Problem, dass man da immer die Extravurst machen musste. Und das kann man jetzt vereinfachen, weil ja jetzt zwei Märkte zusammengeschlossen werden. Dass das Ding so klein ist, ist ein riesen Vorteil, finde ich. Nintendo hat immer süße kleine Konsolen gebaut. Das liegt daran, dass in Japan, wo ja der Heimatmarkt von Nintendo ist, haben die Leute ja gar keinen Platz zu Hause. Das ist europäisch gar nicht so bewusst, dass die Japaner in sehr engen kleinen Wohnungen mit der ganzen Familie wohnen und da keinen Platz haben, irgendwo da noch was Großes hinzustellen, wie so eine Playstation und so weiter. Und Nintendo hat fast immer reingepasst. Warum baut dann Sony nicht auch kleine, schlanke Konsolen? Die sind ja auch aus der Ecke. Ja, tun sie ja. Eigentlich ist sie ja relativ klein. Nur ist die Bauform, die sie jetzt gewählt haben, halt bedingt auch durch die Wärmeabfuhr, die der Prozessor und der Grafikchip mit sich bringen. Und wobei Sony immer wusste, dass USA ihr Hauptmarkt ist für ihre Playstation. Aber Nintendo hat da immer die kleineren Konsolen gebaut. Wenn du die mal alle anschaust, der Gamecube war viel kleiner als alle anderen. Die Wii und die Wii U sind winzig im Vergleich zu Xbox gewesen. Das Original Xbox war ja ein riesiges Schuhkarton. Ja, tatsächlich. Findet ihr auch gar keinen Platz da in Japan. Und man darf nicht schätzen, dass der Heimatmarkt für diese Konsolenhersteller, die aus Japan kommen und auch die Softwarehersteller, ist ihr wesentlicher Umsatzträger. Der ist ganz, ganz wichtig. Auch wenn der japanische Konsolenmarkt ein bisschen leidet. Wir dürfen nicht vergessen, es war mal der führende Konsolenmarkt weltweit. Das war mal ein paar Jahre her. Da erinnere ich mich bestimmt auch noch dran. Da wäre Japan der größte Konsolenmarkt weltweit. Und inzwischen ist es halt die USA. Und inzwischen müssen sie darauf Rücksicht nehmen. Aber ich finde die Konsole schick. Ich finde sie klein. Man muss gucken, wie die Batterielaufzeit ist. Das ist immer so ein Steckenpferd von... Steckenpferd ist das falsche Wort. So ein kleines Problemkind von Nintendo gewesen. Auch der 3DS hält jetzt nicht gerade so lange durch, dass man sagen würde, man kann hier jetzt den ganzen Tag spielen. Da muss man mal gucken, wie lange das Ding durchhält. Ja. Hast du eine Prognose? Also es wird ja gemunkelt, dass das so ein angepasster Tegra X1 Prozessor sein soll. Wenn man mal so annimmt, dass das irgendwas in der Größenordnung wäre. Hast du eine Prognose, was das für Batterielaufzeiten haben wird? Also normal, so Nintendo historisch würde ich ja schon befürchten, dass das eher so 4-5 Stunden oder sowas sein wird. So Vita-mäßig. Habe ich auch, genau. Irgendwas so 4-5 Stunden wird es sein. Jetzt sagen die Leute natürlich, das ist wenig. Das stimmt nicht so ganz. Wenn du jetzt mal vergleichst, wenn du jetzt mal... Nimm mal das modernste Handy, was du kriegen kannst mit der längsten Batterielaufzeit. und spiel ein anspruchsvolles 3D-Spiel drauf, dann macht nach 4 Stunden dein Akku auch die Grätsche. Das ist halt so, weil 3D-Grafik halt sehr viel Power zieht. Und dementsprechend glaube ich, dass sie genau in dem gleichen Bereich sein werden. Es sei denn, bedingt durch die Größe der Switch schaffen die es, einen leistungsfähigeren Akku reinzubauen. Das werden wir mal sehen. Wenn du mal die Bildschirmeinheit der Wii U nimmst und die aufschraubst hinten, wo der Akku drin ist, der belegt nur den halben Platz des Batterieslots. Also die haben das schon vorbereitet, dass da ein doppelt so großer Akku reinpasst, aber sie haben ihn nicht rausgebracht. Und ich glaube, dass bei der Switch könnten sie wirklich einen Schritt gemacht haben und da einen riesen Akku reinpflanzen. Ist aber auch ein Gewichtsproblem, oder? Gerade wenn das jetzt komplett mobile ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wir bei der Wii U vielleicht auch darauf verzichtet haben, damit das Ding nicht zu schwer wird, oder? Das kann sein, ja. Aber die Zermione-Akkus sind generell sehr leicht. Das ist nicht so das Gewichtsproblem. Oder sie machen es wirklich so, dass sie einen normalen Akku reinbauen, der seine vier, fünf Stunden durchhält. Und dann gibt es halt einen Pro-Akku, den du da reinstecken kannst, wo die Leute dann freiwillig das Gewicht in Kauf nehmen, weil sie dann halt damit länger spielen können. Das kann auch sein. Austauschspare wäre ja auch schon alleine eine Lösung. Also wenn ich den Akku einfach wechseln kann. Ja, Nintendo hat immer Austauschspare-Akkus gehabt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber egal wo, da war ein kleines Schräubchen, hast du aufgemacht, kannst du den Akku wechseln. Weil Nintendo immer mit dem Service dann nicht Probleme hatte, aber halt das unterstützen wollten, dass wenn der Akku irgendwie ein Problem hat, dass du ihn tauschen kannst. Das war bei Nintendo eigentlich, also ich glaube, ich kann fast garantieren, dass der Akku tauschbar ist. Weil das hilft alleine schon. Ich weiß noch, bei der PSP damals zum Beispiel, musste ich immer halt so Power-Packs mitschleppen, die man dann extern an diesen Power-Slot angeschlossen hat, wo normalerweise das Ladekabel reinkam, weil man halt den blöden Akku nicht problemlos einfach mal eben austauschen konnte. Das war dann bei der Slim zum Glück anders. Da konntest du einfach aufmachen, Akku raus, neuen Akku rein, fertig. Und es ging dann an, dass die PSP ein mechanisches Laufwerk hatte. Und Mechanik mit Elektromotoren und so weiter verbrauchen wir wahnsinnig viel Strom. Das ist so einer der Gründe, warum die PSP vom Akku her halt in die Grätsche ging. Ich habe eine Vita immer noch, ich liebe das Ding. Die Bildqualität und wie das Ding in der Hand liegt und so weiter ist phänomenal. Leider gibt es dann halt nicht so viele Spiele drauf, aber es gibt ein paar wirklich sehr schöne. Und ich hoffe mal, dass wenn Nintendo da mit ihrer gesamten IP-Kraft, mit Zelda und mit Marios und mit Splatoon und so weiter da draufkommt, dass ich da meine Lieblings-IPs wirklich jederzeit mitnehmen kann, egal wohin. Und das wäre schon nicht schlecht. Zusätzlich, dass die anderen Entwickler die schönen Spiele, die wir ein gewisses Nies im Publikum lieben, wie die japanischen Rollenspiele und viele andere, dass sie darauf portieren und dementsprechend die kommen. Und zusätzlich die ganzen 3DS-Spiele, die sehr gut waren, dass die sehr einfach portierbar sind. Und noch obendrauf die Mobile-Games-Leute interessiert sind, ihre Spiele auf die Switch zu portieren. Und das hieße, dass da eine Riesenanzahl von Software und von tollen Spielen kommen könnte, die das Ding wirklich lange am Leben halten. Das sehe ich kommen. Also ich glaube schon, dass Nintendo sich da überlegt hat, wie können wir diese Diversifizierung, also dass man da irgendwie so zu viel Plattformen da draußen hat, zusammenfassen. Und wir haben trotzdem den Vorteil, dass Leute ein portables System haben wie für ein 3DS und trotzdem zu Hause ein tolles System für ihren Fernseher wie die Wii U. Und das haben sie jetzt geschaffen, genau das. Ja, es gab ja sogar Spekulationen, ob das Ding in irgendeiner Form von Betriebssystem her an Android angelehnt sein könnte, um da irgendwie Portierung in der Richtung zu erleichtern. Keine Ahnung, ist das für realistisch, dass sowas... Nein, halte ich nicht für realistisch. Die Japaner oder die Nintendo hat fast immer ihre eigene Softwarelösung präsentiert, was das angeht. Ich meine, es ist offensichtlich, das Ding hat einen Atomprozessor drin, eine Variante vom Arm, nicht Atom, Arm. Das heißt, es ist eigentlich mobile kompatibel. Es ist, glaube ich, der gleiche Chip drin, wie im Snapdragon, keine Ahnung was, was für eine Zahl dahinter ist. Und das würde es wahrscheinlich machen, dass ein Android-Betriebssystem sehr einfach laufen kann. Aber Android bringt auch viele Probleme mit sich, darf man nicht vergessen. Android ist ja, ist von Google ein Open-Source-Betriebssystem, das ganz viele Funktionen drin hat, damit Google ihr Geschäft machen kann. Und ich glaube nicht, dass Nintendo will, dass Google auf ihrer Konsole ein Geschäft macht. Und das ist einer der Gründe, warum ich nicht glaube, dass Nintendo ein Android nimmt, sondern eine eigene Lösung. Ja, das hielt ich auch für unwahrscheinlich. Ich habe auch immer gehört, dass, weil Android Open-Source ist, es da sehr viele Probleme gibt, dass das leichter dann zu hacken wäre. Und Nintendo hat ja auch mit Raubkopien und sowas, da sind sie ja eigentlich auch immer sehr vorsichtig. Genau, da sind sie recht allergisch dagegen. Ich glaube, das Hacken wäre nicht so das Problem. Ich glaube eher, dass sie die Google-Funktionen dort nicht mögen. Android ist ja ein riesen Tracking-Device, damit Google lernt, wie sie tolle Werbung dir geben können. Und Nintendo will einfach nicht die Daten ihrer Kunden weitergeben. Das ist nämlich heutzutage das Wertvollste, was du haben kannst, den Kunden, der in deinem Ecosystem drin ist. Und Nintendo will das einfach nicht teilen mit der amerikanischen Firma. Glaube ich nicht. Glaubst du, jetzt hat ja Nintendo just kurz vorher angefangen, auch für Mobile zu entwickeln, also mit dem Mario Runner, der da kommt. Ist das Zufall? Oder gibt es vielleicht irgendwie da auch noch eine Überschneidung, dass diese Mobile-Pläne von Nintendo, hat das auch was mit der Switch zu tun, weil sie da auch irgendwie Titel entwickeln, wo sie sich denken, cool, und die können wir dann eben dann auch noch irgendwann auf Mobile rausbringen? Nee. Was sie da machen, ist einfach, dass sie ihre IPs auch auf Mobile bringen, ohne dass sie ihre IPs in ihrem eigenen Ecosystem stören. Du wirst nie im Original Mario auf deinem Handy spielen können, aber auf der Switch kannst du es. Das ist halt einfach nur ein Runner. Du wirst nie ein Zelda auf deinem Android-Phone spielen können, sondern hat nur eine Variante davon, das Original-Zelda gibt es nur auf der Switch. Das wollen sie ja garantieren. Sie wurden so ein bisschen hingedrängt, auch durch ihre Aktionäre und durch den Markt, dass sie auf Mobile was bringen, die Reichweite mit erzeugen, aber du wirst sehen, sie werden todsicher ihre mobile Reichweite, die sie jetzt erzeugen durch ihr Mario und die anderen Sachen, die sie da hinkriegen, benutzen, um die Leute auf die Switch zu ziehen. So in die Richtung, wenn du das richtige Mario spielen willst, dann musst du eine Switch kaufen. Ich glaube nicht, dass ihre Originale jemals auf einem anderen Gerät laufen werden, als auf Nintendo-Hardware. Ja, okay. Also quasi, wenn man so will, Werbung, nur, dass sie nichts dafür bezahlen, sondern vielleicht sogar noch Geld hört ihnen und ihre Aktionäre sind glücklicher. Ein Ableger, genau. Es ist einfach ein Ableger von Mario. Es ist ein Runner. Mal gucken, wie tief der ist, ob es da die Hidden Level gibt und viele andere Sachen, die man da spielen kann. Das werden wir mal sehen. Die werden ja meistens von denen entwickelt, also dem anderen japanischen Giganten, den es da gibt. Und da sind auch Free-to-Play drauf. Nintendo war nie ein großer Freund von Free-to-Play. Da werden wir sehen, wie sie es mit der Switch-Hand haben. Ich bin eher neugierig auf die Sachen, die sie verschweigen. Zum Beispiel, kann das Ding online gehen? Auch wenn ich nicht zu Hause bin, muss ich im WLAN sein, um online spielen zu können. Wie gut werden die Online- und die Kommunikationsfunktionen? Nintendo war immer ein bisschen paranoid. Wenn du mal einen Freund zu deiner Freundsliste hinzufügen wolltest, auf Nintendo, weißt du, was für ein Scheiß das ist. Du musst irgendwelche kryptischen IDs austauschen und dann müssen beide Ja sagen, erst dann hast du ihn drauf. Das ist auf allen anderen Konsolen viel einfacher heutzutage, wie es halt im Internet üblich ist. Nintendo hat da immer Probleme mit. Und da bin ich mal gespannt, wie sie ihr Ecosystem und online verbinden werden. Da haben sie nichts dazu gesagt. Hat das Ding WLAN, hat das Ding vielleicht einen Mobile-Chip drin, den weiß niemand. Gut, WLAN muss es haben, damit es ja zu einem E-Store irgendwie Verbindung aufbaut. Du wirst wahrscheinlich eher darauf abziehen, ob es als irgendwie 3G oder sonstiges mobiles Internet unterstützt. Genau. Und das ist ja so ein Ding, eigentlich entweder ganz oder gar nicht, haben wir ja bei der Vita gesehen, wo es verschiedene Modelle gab, mal mit mobilem Internet und mal ohne und dann haben alle das günstigerige gekauft, weil die mobilen Versionen auch noch sehr, sehr viel teurer waren. Das heißt also, da würde ich halt bei der Switch jetzt sagen, wenn sie nicht in jedes Gerät von Haus aus den Support einbauen, können sie es auch lassen, oder? Ja. Jetzt gibt es, Nintendo hat hier und da ein paar Zukäufe gemacht. so einen großen Netzwerkanbieter in Japan gekauft. Das kann sein, dass Leute in Japan komplett umsonst online sind und dass sie vielleicht ähnliche Deals weltweit in anderen Territorien machen. Sag mal, ich stelle mir vor, die hätten dann so einen mobilen Chip drin und würden mit AT&T einen riesen Deal machen, dass jeder im AT&T-Netzwerk mit dem Ding umsonst online geht. Das haben sie ja schon mal gemacht, auch mit McDonalds und sowas, da ist Nintendo immer ganz groß drin. Wenn sie sowas bringen würden, wäre es natürlich die Sensation, dass du ohne mobilen Vertrag, ohne Kosten mit dem Ding online spielen kannst. Das wäre natürlich die Show. So wie der Kindle früher. Der Kindle hatte ja über dieses Amazon-Whisper-Net konntest du ja überall kostenlos auch mobil dir deine Bücher runterladen. Und Nintendo hatte zum, ich glaube, zum DS schon mit Telekom einen Vertrag, dass du die ganzen Telekom-Hotspots einfach nutzen konntest. Genau. Was aber super umständlich ist, da ein Netzwerk einzurechnen auf so einem Game Boy. Das ist alles so ein bisschen... Ja, wobei mit dem Touchscreen geht es eigentlich, finde ich. Aber trotzdem, dass du da irgendwelche... Ich meine, wir reden hier über Nintendo, wir reden hier über Geräte. Da musst du eine SSID eingeben und dann Passwort und Deeds und dann macht er noch einen Test und dann sagt er okay und dann musst du das speichern als Profil und das ist ja alles Mumpels. Also eigentlich sollte er einfach sagen, hier ist ein WLAN-Netzwerk, das kenne ich, willst du da rein? Ja, will ich. Ja, und dann passt das. Da müssten sie halt noch viel aufholen. Mal sehen, wie da die Software ist. Vielleicht haben sie ja da Hilfe. Ich weiß, dass Nvidia sehr viel beisteuert, was die Software angeht, von dem Ding, was ja auch auf ihrem Chip basiert. Da bin ich mal sehr neugierig. Also ich bin eher so derjenige, der die ganze Information, die Nintendo gibt, listet und dann immer darauf guckt, was haben sie denn nicht erzählt. Und das hat dann meistens immer Gründe. Entweder lass es da noch aufheben, später so in die Richtung, komm mal hier, jetzt haben wir die nächsten Situationen, dann müssen sie in der Presse bleiben. Oder halt, weil sie sich noch nicht richtig einig sind, wie sie damit umgehen sollen. Wie zum Beispiel die Konnektivität von dem Teil oder die Batterielaufzeit. Die technischen Specs, da war Nintendo sowieso nie groß drin, die rauszugeben, aber die sind, die werden sehr schnell geleakt. Ich weiß, dass die Dev-Kits zum Beispiel auf einer alten Version laufen von der Switch. Das ist noch nicht die aktuelle Hardware. Da kann man noch nicht so viel rausziehen, was das Ding leistet. Und da werden wir mal abwarten müssen. Gibt es da eigentlich eine Faustregel? So nach dem Motto, das erste Dev-Kit ist meistens eher leistungsfähiger als die finale Hardware, weil am Ende im Zweifelsfall eher was zusammengestrichen wird, als dass noch was oben drauf kommt oder ist das völlig unvorhersehbar? Nee, eigentlich war es bis jetzt in der Vergangenheit immer umgekehrt, dass die Dev-Kits immer langsamer waren als die finale Hardware, weil die finale Hardware dann nochmal optimiert wird. Ich erinnere mich genau daran, dass bei der Playstation 3 oder 4, glaube ich, haben da alle Entwickler überrascht, dass sie bei Release nochmal das RAM verdoppelt haben. Das sind dann solche Sachen, die dann halt überraschend sind. Ich weiß auch noch, als die Dev-Kits auf gar keine Hardware liefen, sondern auf Emulation, da konntest du natürlich, was Geschwindigkeit angeht, noch gar nichts vorhersagen. Deswegen meistens ist es so, dass die Dev-Kits langsamer sind, weil die finale Hardware noch gar nicht fertig ist und dementsprechend noch optimiert wird. Wird es auch strategisch genutzt? Also bei dem Sony-Beispiel habe ich sofort gedacht, weil man eh weiß, dass diese Dev-Kits-Specs leaken, dass man dann halt quasi die erstmal so ausliefert und dann hinterher sagt, haha, aber wir haben doppelt so viel RAM und Microsoft oder so, die vielleicht auf die geleakten Daten eventuell reagieren könnten, dann nicht die vollen Informationen hat. Das RAM ist schweineteuer. Einfach mal so zu entscheiden für einen Marketing-Stunt, den Preis zu verdoppeln von dem Speicher glaube ich nicht. In dem Fall war es wirklich so, dass die meisten Entwickler sagten, es ist zu wenig, es ist super knapp, das wird die nächsten fünf Jahre euch Probleme bereiten. Und sie deswegen gesagt haben, die verdoppeln das jetzt, auch wenn wir ins Gras beißen müssen, dann ein bisschen mehr zahlen müssen am Anfang, also mehr Verluste machen. Die Konsolen werden ja mit Verlust verkauft am Anfang, außer Nintendo. Und das hat sich ja bezahlt gemacht. Die Spiele sind ja dann besser, haben bessere Texturen, haben bessere Grafik, haben bessere Ladezeiten und so weiter. Der Sprung von zwei auf vier Gigabyte war halt wirklich notwendig. Und sie haben zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch Microsoft ein bisschen Wind aus den Segeln genommen. Aber der Hauptgrund war wirklich der Anspruch der Spiele und dass die Hardware einfach besser performt mit vier Gig. Glaubst du, dass sie die Switch tatsächlich ohne Verlust verkaufen können? Also wenn ich mir das Ding anschaue, so weiß ich nicht. Also es scheint wie etwas, das schon, es kommt natürlich darauf an, mit welchem Preis das hinterher im Laden steht. Aber nehmen wir mal das modernste Smartphone auf der Welt, ein iPhone 7. Ein iPhone 7, wenn du da mal reinschaust, da ist Hochtechnologie drin, ja, the latest from the latest. Und das ist die Produktionskosten, glaube ich, bei 234 Dollar oder sowas. Wenn ich da mal nachschauen kann, da gibt es Webseiten, die das zusammenrechnen. Und da ist ja weitaus weniger drin. Da ist ein Chip drin, der ist schon lange serienreif. Da ist ein Prozessor drin, der ist schon ewig in Produktion. Das heißt, die Produktionskosten sind gegen Null, sage ich jetzt mal nicht. Aber der ist eingefahren, da sind die Produktionskosten optimiert und da kannst du irgendwie wahrscheinlich bei zehn verschiedenen Firmen den Prozessor ordern. Das RAM wird nicht der schnellste sein, weil das reicht für den Prozessor, der zwei Jahre alt ist. Der Bildschirm kostet nichts. geh mal hin und kauf mal ein iPhone 6 plus Retina Display in China. Da zahlst du ein Zehner. Gehst du für zehn Dollar und da macht er immer noch Gewinn damit. Das heißt, die Produktionskosten sind wirklich lächerlich gering. Das ist nicht die Welt. Also so ein Ding, was basiert auf Handy-Technologie, ist sehr, sehr günstig zu produzieren heutzutage. Vor allem, weil es ja nicht eine eigene Entwicklung ist alles, sondern alles auf existierende Technologie basiert, heißt es, dass du die Forschung und Entwicklung gar nicht reinstecken musst. Das ist wie so ein Baukasten, den sie genommen haben und zusammenstecken und dann ihre speziellen Nintendo-Magie rumgebaut. Was wartest du denn für ein Preis? Ich hätte dir jetzt aus dem Bauch raus gesagt, 300? Nein. Nein? Du darfst nicht vergessen, dieses Jahr, Weihnachten, werden die Preise nochmal kurz sind von den Konsolen. Ich schätze mal, eventuell haben wir dieses Jahr das erste Weihnachten, wo die Playstation 499 im Laden steht und dagegen müssen sie konkurrieren. Sie können jetzt nicht einfach sagen, hör mal zu, ich habe einen Bildschirm dabei, deswegen kann ich jetzt mehr verlangen. Ich glaube, das wird uns alle überraschen. Also 249 maximal, eventuell mit einem Spiel dabei. Am Anfang habe ich glaube, das Ding wird sehr schnell für 199 im Laden stehen. Boah, das wäre aber echt relativ ordentlich. Ist nicht die Wii U, mit was ist die gestartet? Ist die nicht auch mit 300 gestartet? Nee, mehr. Sogar noch mehr, echt? Die Wii U ist doch für 249, 279, irgendwie sowas, aber unter 300. So ja, das meine ich, das ist ja weniger. Ich dachte, die Wii U wäre vielleicht auch so irgendwo in dieser 300er-Ecke, okay, dann waren es vielleicht 250, aber... Du weißt, dass wir am Anfang schon 600 Euro für unsere Konsolen zahlen, ne? Ja, natürlich. Aber bin mal gespannt. Also bei Nintendo einerseits ist es klar, dass das Ding vom Preis eigentlich im Vergleich zu Xbox One und PS4 günstig sein muss, auch weil das ja dann sozusagen den Markt ausschließt, dass das so eine Zweitkonsole ist dann für PS4 und Xbox One Besitzer. Für einen PS4 Besitzer gibt es ja wenig, sag ich mal, Anreiz sich noch eine Xbox One zuzulegen, bis auf die wenigen Exklusivtitel, aber so eine Nintendo Switch zum Beispiel, die wird man sich, wenn sie günstig genug ist, wahrscheinlich schon nochmal dazu stellen, hätte ich gesagt. Also was die Zielgruppe angeht, ja, wobei ich glaube, dass eine PS4, also eine Xbox Gruppe ist eine, sagen wir mal, eine sehr Hardcore Gruppe, die, sagen wir mal, mit ihren Shootern Ease of War und Call of Duty spielt. Ich glaube nicht, dass das Nintendo Fanboys sind. Bei der Playstation 4, die geht eher in die Breite, da gibt es ein Publikum, was halt, sagen wir mal, casual will ich es jetzt nicht nennen, aber die jetzt nicht unbedingt Hardcore ist, sondern eher Spaß haben mit einer so einer Konsole, da glaube ich schon, dass da die Zielgruppenüberschneidung größer ist. Ich glaube aber, dass Nintendo ihre eigene Zielgruppe hat, die um einiges größer ist als die Zielgruppenüberdeckung mit Playstation oder mit Xbox-Usern. Das hast du bei Pokémon Go gesehen, wie viele Leute plötzlich Pokémon Go gespielt haben, weil sie damit groß geworden sind. Und ich glaube, das ist genau das Zielpublikum, wo sie reingehen. Da ist so ein 45-Jähriger, der hat keine Konsole zu Hause, der ist nicht so der richtige Gamer, ist aber mit Nintendo groß geworden, der sieht die Switch und sagt so, ach guck mal, da kann ich die mitnehmen und kann die Spiele spielen, mit denen ich groß geworden bin. Genau das sind die Leute, die Nintendo mitkriegt. Interessanterweise, wenn du dir mal genau anschaust das Werbevideo, was sie gemacht haben, normalerweise geht Nintendo immer mit Kids zuerst an den Markt. Ich sage es mal 8 bis 13. Jetzt gehen sie plötzlich mit Teams und Hipstern an den Markt. Und das heißt, ihre Zielgruppe ist älter, die sie angehen, als sie mit ihren alten Konsolen gemacht haben. Und da wirst du sehen, dass da einige, die jetzt nicht unbedingt eine Konsole zu Hause haben, auch zugreifen werden. Und das wird ihre Reichweite reichen. Bei der Wii war es ja schon so, da haben sie relativ schnell oder von Anfang an eigentlich angefangen, sogar fast so alle Generationen in der Werbung zu repräsentieren. Kinder, Jugendliche, Eltern, Großeltern, da hast du gesehen, das war immer dieses Familienmodell von Nintendo. Ja, aber das haben sie gemacht, nachdem sie festgestellt haben, dass die Wii sich in alle Altersgruppen verkauft. Ich meine, ich habe das Ding in ein Altersheim stehen sehen, weil halt die Leute Spaß an der Bewegung haben. Das war was Neues. Das Wii Fit, dieses Board, was sie da noch verkauft haben, ist ja eingeschlagen in eine gewisse Zielgruppe. Die hat Nintendo aufgemacht, die hatten die andere gar nicht im Visier. Und dann haben sie gesehen, dass sie eigentlich alle Alterszielgruppen bewerben müssen, damit sie die durchverkaufen sehr gut. Und wie gesagt, das ist einer der bestverkauften Konsolen der Welt. Und das ist der Grund gewesen, warum sie plötzlich in die Breite gegangen sind. Ist das ein Vorteil von Nintendo, weil die ja klassischerweise eigentlich immer als die ideale Konsole gegolten haben für Kinder, also für wirklich kleinere Kinder. Führt das dazu, dass ganz, ganz viele aber halt wirklich so in Kindertagen mit Nintendo-Konsolen sozialisiert werden sozusagen und deswegen auch einfach immer so ein großer Stamm da ist, der sehr nostalgische Kindheitserinnerung mit der Marke verbindet? Ist ganz klar. Das ist ein Branding und ein Markenaufbau par a salons. Das machen viele andere ja auch. Ich weiß nicht, wenn du mal Kinder kriegst, du kriegst da im Krankenhaus, kriegst du so Goodie-Bags umsonst. Da ist Pampers drin, da sind Cremes drin und keine Ahnung was. Da fängt da schon die Markenbindung an, dass die Eltern dann gewöhnt werden, diese Marken zu benutzen. Und wenn Kinder dann gewisse Marken sehen und damit aufwachsen, ist es ja klar, dass sie im Erwachsenenalter dementsprechend das auch machen. Und so macht das Nintendo auch. Von Anfang an, du fängst mit dem Game Boy DS an, weil es gibt tolle Spiele, das Ding ist unkaputtbar, das kannst du auch mal in die Ecke schmeißen, ohne dass es kaputt geht. Ein Handy geht sofort zu Bruch und dann wächst du mit Nintendo auf. Das kann sein, dass du dann hier und da mal, wenn du dann ein Team wirst, dann holst du dir einen PlayStation 4 und ballerst da rum oder verzweifelst in Dark Souls oder was auch immer du da dann für Leidenschaften entwickelst. Dann irgendwann, wenn du dann älter wirst und dann selber mal Kinder hast, dann sagst du, also so Nintendo Switch, die hole ich mir jetzt, meine Kinder können mitspielen, aber ich kann bei Mario auch da mitspielen. Und diese Markenbildung ist für Nintendo natürlich wichtig. Ich meine, es ist der älteste Konsolenhersteller der Welt und die haben viel erfunden für die Konsole, die heutzutage alle nachmachen. Vom Businessmodell angefangen, über Analogcontroller bis hin zum Rumble und keine Ahnung, was sie alles gemacht haben. und sie haben wahnsinnig viel Know-how da reingesteckt, wie man so ein Ding am Markt platziert, ohne in Konkurrenz zu treten mit den Großen. Und immer, wenn du die Interviews rauskramst, wo man Nintendo fragt, hör mal zu, ist Sony eine Konkurrenz für euch? Sagen sie immer, nein, sind sie nicht. Und dann hat man sie immer als Arrogant hingestellt. Und dann hat man da nochmal nachgehakt, warum seht ihr Sony nicht als Konkurrent? Und dann sagen sie immer, unsere Konkurrenz sind Fahrräder, Fernsehen, Mädchen und Kino. Also praktisch, es geht hier um die Zeit des Jugendlichen, damals ihre Hauptzielgruppe und nicht eben die anderen Konsolen. Deswegen, Nintendo wollte nie gegen die, ich sage mal, Core-Konsole wie Xbox und Playstation konkurrieren. Die wollten immer ihren eigenen Markt aufmachen. Das haben sie immer wieder bewiesen, dass sie ihren Markt erweitern können. Das waren die, ich sage jetzt mal, die Rentner mit der Wii, das waren die Mädels, die sie massenweise auf Konsole gezogen haben durch ihre 3DS-Titel, von Docs angefangen bis hin zu, keine Ahnung was. Das waren die Erwachsenen, die ihr Gehirn trainieren wollten mit einem Braintrainer, kennst du auch noch. Hat er vielleicht versagt bei dir? Ich war hervorragend bei Dr. Kawashima. Bitte. So haben sie immer wieder Titel gefunden, mit denen sie ihre Zielgruppen und Reichweiten erweitern können in Zielgruppen ran, die normalerweise mit der Konsole nichts am Hut hatten. Und wenn die ihren Erstkontakt mit Nintendo haben, dann ist es ganz klar, dass die Nintendo-Affin sind. Und ich bin mal gespannt auf die Werbung, die sie schalten werden, in welche Magazine sie gehen, in welche Kanäle sie gehen, wie die Werbung aufgebaut ist, welche Zielgruppen sie damit ansprechen, um genau das zu reaktivieren. Dass die alteingesessenen Leute, die mit Nintendo aufgewachsen sind, aber jetzt keine Konsole mehr besitzen, vielleicht zocken die ein bisschen auf dem Handy oder was auch immer, dass sie wieder sagen, so, ey, guck mal da, ja, die hole ich mir. Wenn das der richtige Preis ist, ja, und die richtigen Titel draußen sind, ja. Das ist ja eh so eine Frage, ne, was ist denn, also es gab, wenn ich mir die Diskussionen anschaue nach dem Switch-Trailer, gab es relativ viele, die das Gefühl hatten, sie könnten sich damit so ein bisschen zwischen die Stühle setzen. Du hast ja selber schon gesagt, im Grunde genommen vereinen sie ihren 3DS-Markt und ihren Wii U-Markt in einer Konsole. Jetzt ist ja halt immer die Frage, kriegt man das alles vernünftig unter einen Hut, weil die Ansprüche an ein Mobile-Game zum Beispiel, was so Session-Länge angeht und so weiter, sind ja auch immer ein bisschen was anderes. Man spielt ja nicht unbedingt immer genau die gleichen Titel. Lässt sich sowas vernünftig kombinieren? Das lässt sich kombinieren, ja. Ich glaube, dass Mobile-Titel sicherlich ihre eigenen Eigenschaften haben, aber der Trend bei den Mobile-Titeln geht ganz klar hin, dass die Spiele immer mehr richtige Spiele werden. Es gibt Spiele, die kannst du 3, 4, 5 Stunden am Stück spielen. Also so viel zur Session-Länge, ja. Die Session-Länge ist nicht mehr die typischen 3 Minuten 5 Mal am Tag. Das ist ein alter Hut, das ist 3 Jahre alt. Inzwischen ist es so, dass die Session-Länge vom User bestimmt werden soll. Das heißt, wenn er 3 Minuten am Tag spielen will, dann soll er das tun können, hat genauso viel Spaß. Er soll aber auch jemand 5 Stunden am Stück spielen können. Und da gehen die neuen Titel alle hin. Deswegen ist es relativ kompatibel mit den Handheld-Titeln, die Nintendo oder die auf der Vita waren, die in die Richtung gehen. Und da gibt es Publikum davon, die wollen das Ding als Spielkonsole verwenden. Und die Switch geht da relativ gut in die Richtung, weil du kannst beides machen. Du kannst entweder oder oder du kannst auch beides auf einmal machen. Ich glaube schon, dass man Mario spielen kann, einfach so. Noch ein Level, noch ein Level, ja, kennt man ja. Und Open-World-Spiele oder so Skyrim, okay, bezweifle ich jetzt, dass ich da 5 Stunden irgendwo draußen sitzen werde, so ein Ding zocken werde. Aber ehrlich gesagt, so abends im Bett und Skyrim zocken, das hätte schon einen Reiz. Da würde ich die PC-Version jederzeit für aufgeben. Das ist übrigens auch echt genau mein Selling Point, ehrlich gesagt. Gar nicht mal so sehr das mitnehmen, sondern die Mobilität im Haus selber finde ich total cool. Also ich habe jetzt schon die Wii U ab und zu halt mitgeschleppt, dann stelle ich die halt im Schlafzimmer neben das Bett und dann kann ich auf dem Controller bei den Spielen, die das unterstützen, kann ich dann halt einfach da spielen. Und bei den Nintendo-Titeln sind das, glaube ich, Gottlob alle. Das ist eigentlich schon echt ziemlich geil. Das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, warum die Mobile Games so groß geworden sind. Ist nicht der Grund, warum sie auch so im Handy laufen, sondern der Grund ist die Mobilität im Haus. Weil die meisten spielen ja auch zu Hause. Also 16% der Mobile-Gamer spielen zu Hause und die Mobilität im Haus ist wichtig, weil diese Isolation, die der PC kreiert, dass du in einen Extraraum gehst, wahrscheinlich in dein Büro oder in dein Spielzimmer, du musst dir eine Stunde oder zwei Zeit nehmen, damit du Spaß hast und dann bist du eigentlich komplett raus aus dem sozialen Umfeld deiner Familie. Du bist sozusagen mal zwei Stunden weg. Mit so einem Mobile-Gerät kannst du dich trotzdem noch integrieren innerhalb der Familie. Du hockst dich auf die Couch neben deiner Frau und deine Frau guckt ihre Lieblings-Fernsehserie und du kannst während des Skyrim zocken. Ja, besser geht's doch nicht. Und da, glaube ich, das wird ein Riesenvorteil werden. Das ist übrigens auch der Vorteil der Wii U gewesen. Du konntest ja auf diesem Pad die Spiele spielen, während der Fernseher auf einem anderen Programm lief. Wurde immer ein bisschen unterschätzt, aber ich glaube, das ist so eine der Stärken der Switch dann. Das glaube ich auch. Also wie gesagt, vielleicht gucke ich zu sehr aus meiner Blase, aber ich habe das Gefühl, dass das halt ein echt ein richtig großer Mehrwert ist, dass du innerhalb deiner Wohnung jetzt nicht mehr darauf angewiesen bist. Du musst nicht den Fernseher blockieren. Du hast selber schon gesagt, ich muss jetzt nicht irgendwo, keine Ahnung, ich habe den PC vielleicht an irgendeinem festen Ort, wo ich dann halt ein bisschen wieder enthoben bin, wenn alle anderen vorm Fernseher hocken oder sowas. Das ist halt echt, das ist simpel, aber es ist echt ziemlich cool, wenn das möglich ist. Ist es. Und dann kannst du es auch noch mitnehmen, wenn du zum Freund gehst oder wenn du irgendwo anders hingehst oder in Urlaub gehst. Ja, ich meine, wer kann schon seine Lieblingsspiele mitnehmen, wenn er irgendwo auf Reisen ist? Und wenn sie das hinkriegen, muss ich sagen, ist es nicht schlecht. Natürlich ist das Ding nicht so leistungsfähig, weil es mobil ist, wie, sagen wir mal, so eine Xbox und eine Playstation. Wer diese mega geile Grafik haben will, die ist ja phänomenal auf den neuen Konsolen, der kann immer noch zu Hause vor seinem Fernseher mit einer Playstation und einer Xbox spielen. Aber wenn ich jetzt irgendwo hinfliege oder auf Reisen bin oder im Urlaub oder sowas, dass ich da diese ganz speziellen Nintendo-Welten mitnehmen kann oder auch die Welten, die andere in diese Nintendo-Welten mit reinbringen, muss ich sagen, ja, lass ich mir gefallen. Ja, auch wenn du überlegst, also die Abstriche gegenüber einer PS4-Version, vor allem, wenn man es dann auf so einem kleinen Bildschirm spielt, wo du dann halt einfach von der Pixeldichte her und sowas, da ist der Unterschied meistens auch nicht mehr so sichtbar, als wenn das dann auf so einem, keine Ahnung, 50-Zoll-Bildschirm aufgeblasen wurde. Das vergessen viele Leute, dass du eigentlich die Grafikleistung schon mal halbieren kannst, weil der Bildschirm kleiner ist, weil du halt vieles gar nicht siehst. Aber auf der anderen Seite bist du auch näher dran. Übrigens ist das einer der Gründe, warum Nintendo immer sehr gerne so einen abstrakten Grafikstil nimmt, um die Leistung der Hardware beziehungsweise des Bildschirms nicht als limitierenden Faktor zu haben. Das ist ja bei den anderen immer ein Problem. Also ich habe damit ein Problem, bei den großen Konsolen zum Beispiel, wenn ich da in Full-HD spiele und sowas. Die Grafik sieht fantastisch aus, aber du, wenn da oben links dann steht, drücke sowieso, um das und das zu machen. Ich erkenne das Symbol nicht mehr auf HD. Das ist so winzig da oben links. In meinem Alter mit Brille und sowas und dann drei Meter weg vom Fernseher sehe ich nicht mehr. Das ist natürlich sehr viel komfortabler, wenn man das Ding dann vor der Nase hat. Aber gut, ich glaube, wir müssen gucken, wie brillant der Bildschirm ist. Ich hoffe, dass Sie gelernt haben von Ihrem 3DS. Der Bildschirm ist nicht gerade so prall, finde ich. Wenn Sie mal den Vita-Bildschirm angeschaut haben, der war wunderbar, der war echt geil. Und die neuen Handys anschauen, dass Sie da auf Qualität geachtet haben, dass die Batterielaufzeit, die wir sprechen, ist, dass man nicht gerade nach zwei Stunden wieder an Strom muss und dass da, ich sage es mal, was Konnektivität angeht, das Ding einfacher ist und ein bisschen höflicher als die vorherigen Nintendo-Geschichten, dann muss ich sagen, können Sie da wirklich die nächsten Jahre von leben. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, gehen wir mal in die Zukunft, wenn der Switch 2 kommt, dann können Sie das Ding kompatibel machen zum Ersten ohne Riesenaufwand mit einer Technologie, die Sie am Markt kaufen können. Und das ist ein Riesenvorteil, wenn du eine Playstation 4 anschaust und eine Xbox, die stecken ja Millionen in ihre Forschung rein, um ihre Chips zu entwickeln, damit diese Konsole leistungsfähig ist und trotzdem super billig zu produzieren. Das ist ja das Problem an solchen Konsolen. Die musst du immer mal für 90, 100 Dollar produzierbar sein, aber da soll doch so ein Hightech drin sein. Und was Nintendo hier macht, ist, sie können sich komplett bedienen an den Forschungsgeldern von Apple und von Google. Und das finde ich ein mutiger Schritt, der aber einfach ist. Glaubst du, dass sie damit so ein bisschen der Konkurrenz von Mobile wirklich gewachsen sind? Also das Ding war ja eigentlich immer, man hat ja immer prophezeit, dass Nintendo gerade, was halt Handhelds angeht, Schwierigkeiten bekommt, weil die Handys durch diese Multifunktionalität attraktiver sein würden. Also man kann darauf spielen, aber du kannst halt auch telefonieren, du kannst chatten, ist eine Switch geeignet, da irgendwo jetzt das zumindest ein bisschen attraktiver zu machen? Ist das überhaupt wirklich jemals eine richtige Bedrohung gewesen für so spezialisierte Spielkonsolen deiner Meinung nach? Für gewisse Sachen ja, für gewisse Sachen nein. Also die gesamten Handyspiele, die großen, sind ja alles Online-Spiele inzwischen. Dadurch, dass ein Handy immer online ist, sowas lief ja nie gut auf Nintendo-Konsolen. Da gibt es keine MMOs, die Online-Spiele gibt es gerade nicht viele, auf 3DS sowieso nicht, weil du ja nur casual-mäßig online bist. Aber das, was die Konsole, die Switch machen kann, was das Handy eben nicht kann, ist Spiele machen, die auf dem Controller angelesen sind. Diese Add-on-Controller für Handys haben sich nie durchgesetzt, werden sich auch nie durchsetzen, aber bei der Switch ist er automatisch mit dabei. Dadurch können Spiele gemacht werden, wie ein Mario, was du auf einem Handy nie so richtig kontrollieren kannst und spielen. Und in diesem Segment kann ihre Konsole überleben. jetzt zu versuchen zu konkurrieren mit den Online-Spielen auf dem Mobile, glaube ich, da werden sie auch verloren und posten. Das ist sowieso was, was ich mich immer gefragt habe. Warum hat das nie ein Handy-Hersteller mal probiert, sowas zum Beispiel als so eine Auskopplung zu machen? Also so ein iPhone, also wie so ein iPod Touch quasi mit der grundlegenden Technologie und dann ist halt gleich auch noch ein Controller dabei und dann hast du von mir aus ein iPod Play oder sowas und das ist dann die dedizierte Spielkonsole. Die könnten das doch eigentlich fast mit ihrer existierenden Technik nur über einen Peripherie-Bundle könnten die doch auch schon eine dedizierte Gaming-Hardware rausbringen. Man hört immer auf Telefonen und Tablets spielen die Leute zum größten Teil. Wieso machen die das nicht? Du, diese Add-Oms von den Kontrollern, die gab es ja schon und die sind auch supported worden von einigen Spielen hier und da. Aber die Lehre ist ganz einfach. Wenn du so ein Ding nicht standardmäßig dabei legst, unterstützt es keiner. Und wenn du jetzt ein Android-Phone ausbringen würdest, mit einem Controller dran, ich sage jetzt mal, du willst jetzt so eine Switch kopieren, einfach zwei Controller, also ein Android-Handy dran kleben und sagen, hör mal zu, jetzt haben wir hier ein Google Play, dann müssen wir das ja alle unterstützen und daran hapert es meistens, weil es ja alle weltweit unterstützen müssten und da musst du gegen die zwei Milliarden Google-Handys da draußen konkurrieren, den Markt angehen und das wird schwierig. Da musst du schon was Besonderes haben, Spiele haben, die nur da drauf laufen und die hast du nicht, Nintendo aber schon. Das ist der große Unterschied, weil wir spielen ja diese Dinge wegen der Software und nicht wegen der Hardware. Die Hardware ist ja sozusagen nur der Schuhkarton drumherum und daran hakt es dann meistens. Also hätte Google von Anfang an einen Analogstick auf ihr Google-Handy geklebt, hätte man wahrscheinlich erst eine mobile Konsole, aber es ging ja erst mal um die Handys und nicht ums Spielen. Dass sie alles darauf spielen, hat glaube ich die Leute da draußen auch überrascht. Ist das was, was irgendwo in ein paar Jahren vielleicht von Amazon kommen könnte, die ja jetzt immerhin eigene Entwicklungsstudios haben? Also Amazon will, da ist eine gute Frage, Amazon ist immer so unvorhersagbar. Auf der einen Seite wollen sie ihre eigene Software, ihre eigene Filme, ihre eigenen Movies machen, ihren eigenen Content verkaufen über ihr Vertriebsnetzwerk. Auf der anderen Seite machen sie aber auch Hardware, indem sie eigene Tablets rausbringen und sowas. Ich glaube, wenn Amazon das konkurrieren würde gegen die Konsolen, würden sie hoffnungslos verlieren, weil die Erfahrung der drei Großen ist da schon riesig. Also ganz selten haben wir es gehabt, dass bei den Konsolenherstellern irgendwas mal gewechselt ist. Ja, Sega weg, Microsoft rein zum Beispiel. Das passiert ja super selten. Ich glaube aber nicht, nein. Ich meine, das müssten sie natürlich erst mal aufbauen und die Marken, die jetzt da von den Amazon Game Studios angekündigt wurden, da ist jetzt nichts dabei, wo ich das Gefühl hätte, das wäre irgendwas wie, dass man zu einem Halo oder Ähnlichem werden könnte. Aber so, keine Ahnung, wenn man so in die Zukunft blickt, ich habe immer das Gefühl, Amazon sind zumindest diejenigen, denen ich es am ehesten zutrauen würde, weil erstens Geld und zweitens einfach sehr experimentierfreudig anscheinend. Ja, also ihr Spiel, ihr Game Studio ist ja sehr alt, das unterschätzen viele, wie lange es das schon gibt, das hat ja sehr lange im Geheimen gearbeitet und die Spiele, die sie jetzt rausbringen, dienen ja auch eher dazu, die Services zu unterstützen, die Amazon anbietet, wie es Twitch. Also sie versuchen immer, Spiele zu machen, die irgendwie ihr Ecosystem bereichern und nicht nur Spiele zu machen, rein nur das Spiel hinlegen. Genauso, wenn sie jetzt eine Hardware machen würden, würden sie die Hardware machen, damit ihr Ecosystem besser funktioniert, sprich, dass du besser einen Amazon-Store da drauf hast oder wenn du Prime hast, automatisch neue Inhalte drauf hast und deswegen das Ding holst. ich dachte immer, Amazon ist ein Kaufhaus, wo man alles online kriegen kann, aber inzwischen ist es da so viel mehr. Ich meine, der größte Cloud-Anbieter weltweit ist Amazon. Wie kommt sowas? Ja, das ist so atypisch für ein Kaufhaus. Ja. Wie wenn Kaufhof um die Ecke jetzt anfangen würde, ihren Lagerraum und ihren Strom zu verkaufen. so ähnlich. Das ist schon eine komische Geschichte. Naja. Aber gut, es geht ja hier um Nintendo und wir werden die gleichen Diskussionen jetzt führen, die nächsten Monate, wie es war, bevor die Wii U rauskam, wie es war, bevor die Wii rauskam. Jedes Mal wird Nintendo angegriffen, totgesagt. Was ist das denn, was sie da machen? Nö, das will doch keiner. Nintendo sollte ihre Software auf andere Konsolen bringen, anstatt eigene Hardware zu machen und so weiter. Aber Nintendo schafft das immer wieder. Also meine Lehre ist immer, man sollte Nintendo niemals unterschätzen. Das ist das eine. Das andere, man darf nicht vergessen, Nintendo ist eine der reichsten Firmen Japans. Die könnten theoretisch morgen aufhören, Software und Hardware zu verkaufen und würden immer noch profitabel sein durch ihre gesamten Geldinvestments. Das ist ja, ich weiß nicht, wie viel Geld die auf der Bank haben, aber ein tierisches Vermögen. Die haben nach letzten Berichten, ich glaube aus 2015, immer noch 10 Milliarden auf der hohen Kante in Dollar. Jo. 10 Milliarden müsstest du am Tag wie viel ausgeben, damit du nicht weniger hast? Ja. Ich habe mal irgendwo gelesen, Nintendo könnte die nächsten, ich glaube 36 Jahre immer 200 Millionen Verlust machen und es ginge ihnen noch gut. Genau, und es ging ihnen noch gut. Und das andere, was man nicht vergessen darf, Nintendo ist eine Firma, die ist uralt, die hat 800 Parts der Quetzte angefangen und hat eine Eselsgeduld. Irgendwann in so einem japanischen Interview fiel das mal, wo sie so gesagt haben, wer gewinnt die Konsolengeneration? Und da kam so indirekt durch, wenn wir die Konsolengeneration nicht gewinnen, dann gewinnen wir vielleicht die nächste oder mal gucken, vielleicht die übernächste. Und übernächste hieße in 15 Jahren, also so langfristig denkt Nintendo, dass die einfach sagen, ja wenn wir es dieses Mal nicht so ganz schaffen, aber schöne Spiele machen, dann haben wir jetzt was daraus gelernt, dann machen wir es halt dann in fünf Jahren. Das kann sich Nintendo leisten, Microsoft und Sony eben nicht. Und diese Eselsgeduld plus das Vermögen in der Hinterhand und die Erfahrung, 30 Jahre Erfahrung in der Konsolenindustrie machen Nintendo immer noch zu einem kleinen gefährlichen Gegner, die immer wieder Innovationen bringen, die dann die anderen kopieren und dann teilweise erfolgreicher machen, wie Sony es jetzt gemacht hat oder wie vorher Xbox, muss ich sagen, dass wenn Nintendo nicht mehr da wäre, würden die Konsolen wahrscheinlich verenden, weil sie alle immer nur das gleiche wären. Das ist so immer mein Eindruck. Nintendo ist immer so der kleine Innovator, der die anderen immer triezt, nicht immer gewinnt, aber darum geht es glaube ich nicht. Es geht eigentlich immer nur um das gute Geschäft und tolle Spiele zu machen. Glaubst du die Strategie, dass Nintendo jetzt sagt, okay, also das, was wir mal ursprünglich selber auch erfunden haben sozusagen, die Konsole als Lost Leader, also dass sie teurer produziert wird, als sie verkauft wird am Ende, das lassen wir bleiben. Ist das auch eine Folge dessen, dass sie so stark auf Innovationen setzen, was natürlich dann einem höheren Risiko behaftet ist, wenn du auch noch deine Hardware mit Verlust verkaufst? Also sie haben ja sehr früh angefangen, die Hardware nicht mehr mit Verlust zu verkaufen. Das war glaube ich schon bei Gamecube der Fall. Da wurde es zum ersten Mal besprochen zumindest, ja. Genau. Da haben sie diesen Hardware-Krieg aufgegeben, aus gewissen Gründen, weil sie gesehen haben, dass sie mit der normalen Hardware und innovativen Spielen immer noch gut genug Umsätze bringen können, ohne dass sie dieses Hardware-Rennen mitmachen. Da darf ich auch nicht vergessen, dass die gesamte Chip-Industrie inzwischen in China sitzt und in Taiwan und sonst wo, aber nicht mehr in Japan und dadurch sie vielleicht da einen Kontakt verlangen haben. Auf der anderen Seite hat die Tendo ihre eigenen Chip-Fabriken gekauft, sowohl für Speicher als auch für andere Sachen. Das heißt, da haben sie so einen Kostenvorteil. Ich glaube, sie haben immer mal gesagt, dass wir eher auf innovative Erfahrungen mit unseren IPs und mit tollen neuen Titeln Wert legen, als auf so ein Hardware-Race. Das ist das eher andere überlassen. Und sie sind nie hingegangen und haben irgendwie die beste Grafik an die Wand geworfen und haben gesagt, jetzt kannst du hier Call of Duty viel schöner spielen. Das haben sie nie gemacht, wollten sie auch nie. Zumindest nicht mehr seit Super NES-Zeiten. Oder N64 war eigentlich auch noch technisch quasi beim Wettrüsten mit dabei, aber danach war glaube ich Schluss. Da waren sie First Mover. Das SNES war ja eine direkte Folge aus dem NES, was sie da reingebaut haben. Da gab es noch nicht so viel Konkurrenz. Und das N64 war ja so die ersten Gehversuche mit 3D, wo sie hatten ja vorher gelernt, auf dem Super-Ni-Techno wie 3D funktioniert mit ihrem Add-on-Chip und haben gesehen, dass durch einen einfachen Zusatz-Chip sie 3D-Grafik machen können. In dem Modul waren die ja drin. Und haben dann auf dem N64 das weitergemacht. Wobei das Know-how nicht aus Japan kam, interessanterweise. Das Know-how über die 3D-Geschichten kam aus Großbritannien. Weiß nicht, ob du das weißt. Nee, das wusste ich nicht. Ja. Obwohl, das haben sie mit, was war das? Silicon Graphics, war das das Ding? Nee, nee. Die haben ja ganz am Anfang haben die ja mit Starfox, haben die ja 3D-Now-how eingekauft von Argonaut Software. Wenn dich daran erinnerst. Ja, ja, genau. Aber ich dachte, dass die auch mit den für das Killer Instinct und auch für Donkey Kong Country, da hatten sie doch da mit diesen Silicon Graphics Jungs irgendwo was, um diese vorgerenderten Sachen. Und ich dachte, das basierte auf so einer Hardware-Plattform, mit der sie dann auch Teile entwickelt haben für das N64. Aber das ist jetzt ganz diffus. Das war bei Rare, die das gemacht haben. Es geht hier eher um die 3D-Hardware. Diesen Zusatzchip, den Argonaut da eingebaut hat, ist interessanterweise ein ARM-Prozessor, eine Variante davon, den wir heute in den Handys haben. Und daraufhin hat Nintendo gelernt, wie man 3D-Hardware machen sollte und hat mit dem Know-how auch von diesen Leuten dann die N64 aufgebaut. Die Leute sind übrigens heute immer noch in Japan, die zwei Briten, die da mitgeholfen haben und haben da eigene Firmen. Ach, guck. Ja, aber das war damals echt irre, ne? Dieser Super-FX-Chip und so. Das war winziges Bildchen damals auf dem Fernseher. War ja riesiger schwarzer Rahmen drum, damit das dann funktioniert und so. Aber dann gab es ja dieses Rennspiel und Star Fox und das war für die damalige Zeit mit dieser 3D-Polygon-Grafik. Darfst nicht vergessen, dass damals kaum ein Programmierer wusste, wie man überhaupt ein 3D-Polygon auf den Bildschirm bringt. Geschweige denn texturiert. Das war dann schon sensationell, ja? Also mit dem Sound dabei und so weiter und so fort. Aber generell, da kommt dann halt dieses 3D-How her. Und da dürfen wir nicht vergessen, auf dem N64, als dann Mario kam, war das das erste Mal, dass man in einer 3D-Welt einen Charakter gescheit durch die Welt steuern kann, ohne dass man das Gefühl hatte, die Kontrolle zu verlieren. Und das hat die 3D-Spiele schon revolutioniert. auch dank des Analog-Controllers, der da drin war. Wo ja auch Sony gesagt hat, was wollten ihr mit dem Analog-Controller jetzt in dem Ding da drin, in dem Controller. Und dann hat Sony ja die ersten Millionen von Playstations verkauft, ohne Dual-Stick. Riss dich doch dran? Ja, ja, klar. Also das Rumble-Feature war ja auch beim N64 zuerst mit dem Zusatzpack mit dabei. Und, 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 dass der selber schon gesagt ist, die Liste der Nintendo-Innovation ist endlos. Controller unanalog ausliefert, ja, war dann halt schon ein Fauxpas. Und dann haben sie plötzlich das umgestellt und dann haben sie die Kontrolle extra nochmal verkauft. Aber gut, das ist so eher so die Historie, die wichtig zu wissen ist, wie Nintendo agiert. Dass sie Schritt für Schritt da hingehen. Sie haben ja zum Beispiel das, was sie erfunden haben, die gesamte Motion-Controller, ja, haben sie jetzt komplett fallen gelassen. Ja, das ist eine interessante Geschichte. Lass sie einfach sagen, das war toll, das war innovativ für eine Zeit lang, aber jetzt ist es irgendwie langweilig geworden, jetzt gehen wir in eine andere Richtung. Das könnte auch Mut dazu, ja. Dieses Baby, was sie geschaffen haben, fallen zu lassen. Und dann gucken wir mal, was sie da jetzt noch bringen an Spielen, die diese Switch-Geschichte besser unterstützen, dass man unterwegs sein kann, dass die Dinger untereinander eventuell hoffentlich automatisch kommunizieren. Das wäre es ja mal, ja, dass wenn du mit einer Switch irgendwo spielst, die Switch weiß, welche andere in der Nähe sind und automatisch da welche tollen neuen Modi bauen kann. Das wäre ja mal was. Ohne, dass du ab extra ins Netz gehen musst, extra den als Freund addest und dann erst ein Spielmodi aufziehst, ihn einlässt. Er sagt, ja, ich will mit dir spielen und dann kannst du mit ihm zocken. Ist doch langweilig. Ja, ich erinnere mich immer wieder, als ich Dark Souls gespielt habe und einfach so irgendjemand in meinen Dungeon reinlaufen kann. Das sind so die Sachen, glaube ich, die mit einer Switch möglich wären, wenn Nintendo das öffnet. Die haben ja da in der Richtung auch schon mit dem DS Sachen gemacht, diese Spotpass-Geschichte und so, wo dann halt Leute irgendwo, keine Ahnung, oder beim 3DS, da besuchen dich doch Leute dann in dieser Mi-Welt, wenn du an denen vorbeigekommen bist. Genau, dann ist der Mi da drin. Aber das ist alles so halbherzig, weißt du? Da musst du dieses Mi-Wert aufmachen, damit du es siehst, damit es der Typ ist. Und das sollte irgendwie so sein, dass es standardmäßig einfach passiert. Und das wäre schon die Schau. Aber da müssen wir mal gucken, wie mutig Nintendo diesmal ist, weil die immer ein bisschen klaustrophobisch waren, was diese Connectivity angeht, weil sie Angst haben, dass wahrscheinlich irgendwelche Pädophilen die Kinderadressen rauskriegen. Ich weiß es nicht. Ja, die sind, also du hast ja vorhin schon dieses komplizierte Freundschaftssystem auf den Nintendo-Konsolen erwähnt. Das haben sie jetzt auf der Wii U dann irgendwann, jetzt vor ein paar Monaten oder sowas, oder vielleicht ist es auch schon über ein Jahr her, haben sie es ja ein bisschen entschärft, dass es, glaube ich, nicht mehr ganz so kompliziert ist. Ist ja nie vorbeigegangen, weil ich spiele eine ganze Weile meine Wii U nicht. Die hat meine Tochter in Beschlag genommen, weil die jetzt irgendwie Top 100 Splatoon-Spieler ist. Ja, siehst du, der ist ja im Switch-Trailer schon mit diesem E-Sport-Team oder sowas. Da wird sie direkt angesprochen. Ja, genau. Die ist schon ganz hibbelig, ja. Die sind abangezogen und wollte sich eigentlich eine Wii U kaufen, wegen Splatoon. Und jetzt ist sie ganz wild drauf, sich im März die Switch zu kaufen. Ist das übrigens, wir haben ja schon drüber gesprochen, also die ganze Diskussion darüber, dass jetzt Nintendo, wenn die Switch nicht funktioniert, dass die am Ende pleite gehen oder sonst irgendwas und dass sie sich jetzt nach der Wii U nicht noch einen Fehlschlag leisten können, dass das ziemlich ja Quatsch ist. Das ist Quatsch, ich sage, du kannst ja gar nicht pleite gehen. Zum einen, die Dinger werden, wie gesagt, mit Gewinn verkauft, bette ich mit dir. Die Produktionskosten werden weit unter 100 Dollar liegen von dem Teil. Da ist ja keine SSD drin, da ist keine Festplatte drin, da ist kein CD-Laufwerk oder Huawei-Laufwerk drin, gar nichts. Das ist einfach nur Speicher und CPU und Bildschirm. Das sind die billigsten Komponenten, die du hinkriegen kannst. Und das Ding hat wie viel? 32 GB, glaube ich. Ich glaube, die Größe des internen Speichers von der Switch ist noch nicht bekannt. Doch, doch. Ja? Wie groben? 4 GB interner Speicher plus 32 GB als Storage. Und dann kannst du das wahrscheinlich noch erweitern mit so einem Slot. Das ist nicht teuer. Und deswegen pleite gehen können sie in dem Ding nicht, weil alle Dinge schon mit Profit verkauft werden. Ich sage dir eins, wenn sie im März das Ding rausbringen mit Zelda oder als Zelda Edition, völlig egal, ja, da verkaufen sie eher 5 Millionen Stück. Sofort. Und wenn sie raffiniert sind, bringen sie das vielleicht, dass Zelda auf der Switch eher raus ist als auf der Wii U. Aber gut, lassen wir mal sein. Da glaube ich nicht, dass Nintendo da ein Problem haben wird. Und Nintendo denkt immer im Vorhinein, das heißt, die arbeiten jetzt schon lange dran an anderen Spielereien, die sie da bringen werden. Ich weiß nicht, ob du dich mal informiert hast, wie dieses Ideenzentrum von Nintendo funktioniert. Die haben drei komplett unabhängige Forschungszentren. Und die können, ich sage es mal, wild fantasieren, was sie da bauen. Und dann wird alle, in einem regelmäßigen Zeitabstand, kommen alle drei vor den Vorstand, vor den Kreativen, für das kreative Board und stellen ihre drei Spielzeuge vor. Und die sind sozusagen in Konkurrenz. Und egal, wie gut alle drei sind, es wird nur eins genommen, die anderen gecancelt. Und das eine, was genommen wird, wird weiterentwickelt und eventuell nochmal gecancelt. Wer weiß, aber es ist das, wo dann sozusagen der nächste Schritt erlaubt wird. Die anderen zwei, back to the drawing board, können irgendwas anderes machen. Deswegen kommt Nintendo ab und an mit so verrückten Sachen an, wo sie sagen, es ist voll cool und jetzt lasst uns das mal tun. Wir erinnern uns an den Mittelboy. Das kommt genau aus so einer Forschungsstätte. Und da glaube ich schon, dass sie jetzt schon längst an Dingen arbeiten, die vielleicht in fünf Jahren erst kommen. Ich sage ja nicht VR, nein. Ich habe jetzt, vielleicht kommt dieses Mini-NES-Ding daher. Weißt du, was ich meine? Also das Mini-NES ist ja, das kommt ja sowieso, dieses Mini-Teil. Ja, genau. Da machen sie noch Mini-SNES draus, aber das ist ja eher Back-Katalog-Verwaltung. Dass man einfach sagt, ich bringe hier Super Nintendo raus, im Mini-Format mit HDMI in HD, richtig schön, und packe da 30 Spiele rein. Das ist so eine Wiederverwertung der alten IPs. Dass sie sowas machen, das ist Nebengeschäft. Ich denke jetzt eher so an die zukünftigen Sachen, die jener SES-Switched sind. Ich meine, sowas wie das Mini-NES gab es ja auch schon. Es gab ja diesen C64-Joystick, der dann quasi auch als Konsole fungiert hat, wo du dann ein paar C64-Klassiker vorinstalliert hattest. Offiziell von Nintendo ist natürlich schon eine andere Sache. Klar. Da ist Qualitätsstempel drauf. Man darf ja nicht vergessen, dass die Hardware, die Nintendo baut, ja immer eine super Qualität hat. Von Kunststoff her, vom Handling her, wie die Dinge aufgebaut sind, wie unkaputtbar die sind. Und das ist immer eine ganz andere Liga, als wir hier China-Plagiate. Ich habe ja hier im Vorfeld von unserer Aufzeichnung, habe ich ja ein paar Leute noch gefragt, unter anderem auch Leute, die wir kennen aus dem Handel. Und dieses Mini-NES hat jetzt quasi schon Lieferschwierigkeiten. Das denke ich mir. Ich sage ja, diese Generation, die mit dem NES groß geworden ist, die kauft sich das alle. Und ich weiß, dass meine Freundin schon die ganze Zeit nachfragt, wann das Ding kommt, weil sie es mir zu Weihnachten schenken will. Das ist ganz groß. Aber wie gesagt, ich bin dann eher derjenige, der sagt, das Ding als Super Nintendo wäre mir lieber gewesen. Weil auf Super Nintendo kamen die ersten richtig großen Geschichten. Das Zelt auf dem Super Nintendo gehört zu einem der besten Spiele der Welt. Das Super Mario World auf SNES hat die gesamte Jump'n'Run-Geschichte revolutioniert. Und hat heute noch einen Einfluss auf Mobile Games. Weil das Metaspiel, was in dem Super Mario drin ist, ist heute kopiert in so vielen Spielen. Ist einfach unfassbar. Die kann man heute noch hernehmen, beide Spiele, als Forschungsobjekt für Game Designer. Da sage ich aber immer, Super Mario Bros. 3 hat rein spielmechanisch schon das Allermeiste etabliert, was dann in Super Mario World natürlich nochmal ordentlich weiterentwickelt wurde. Ich finde das immer noch so rein Jump'n'Run-historisch, ist das 3er Super Mario das Wichtigere. Ja, Super Mario World hatte aber dieses Metaspiel obendrauf. Das darf ich nicht unterschätzen. Diese Welt war wichtig. Das ist klar. Aber die Oberwelt per se mit so ein bisschen der Anlage von diesen Minigames mit den Pilzhäusern und so war ja auch schon in Super Mario Bros. 3 drin. Es ist ja nur nochmal erweitert. Ja, aber irgendwann war es halt einmal, hast du recht, Super Mario 3, da war alles drin, mehr geht nicht. Da war sozusagen Jump'n'Run-technisch war man an einer Hürde angelangt, wo man sagt, mehr Innovationen, alles andere Unsinn. Und dann muss man halt ein Metaspiel obendrauf setzen. Und dann geht man in 3D und jetzt geht man halt in die verrückten Geschichten. Ja, und bei dem Zelda gebe ich dir völlig recht. Also das Link to the Past, das habe ich hier im Podcast auch schon mal, glaube ich, in den Folgen zu den besten Spielen aller Zeiten erzählt, war ja jahrzehntelang immer ein Showcase für Game Design. Also wie viele Game Design Workshops oder sowas ich irgendwo auf irgendeiner GDC gesehen habe, wo das immer und immer wieder referenziert wurde. Ja, ist das heute noch. Also wenn ich heute Game Design Kurse gebe, benutze ich dann, schmeiße ich den Leuten einen Emulator auf ihren PC mit Super Nintendo Zelda und sage, ihr spielt das jetzt, ich bin in drei Stunden wieder da. Und da muss ich ihnen ein paar Sachen erklären, was dieses Spiel so wunderbar gemacht hat. Und da hat Miyamoto ganz gewisse Spielregeln eingebaut, die so viel Sinn machen, dass sie heute noch komplett alle gelten. Also wahnsinnig viele Spiele haben Elemente drin, die immer noch auf diesem Spiel basieren. Und heutzutage guckt man das Spiel und sagt, ja, kenne ich doch alles. Aber damals, wie gesagt, war das alles neu, viel neu drin. Glaubst du, dass Nintendo durch Aktionärsdruck tatsächlich irgendwann mal gezwungen sein könnte, sowas wie sich noch weiter zu öffnen oder tatsächlich diese ganze, sie werden Third-Party-Anbieter, was ja immer wieder spekuliert wird. Ich habe immer das Gefühl, diese ganze Third-Party-Nummer, die immer diskutiert wird, ist ziemlicher Quatsch, weil sie mit ihrem Hardware-Ökosystem wahrscheinlich besser fahren, zumindest Stand jetzt. Also Aktionärsdruck ist immer so eine zwiespätige Sache. Die Aktionäre können sicherlich Druck machen, aber bestimmt, sie können es nicht sagen, es erinnern, sie haben eine Schwer-Minorität, was sie jetzt tun sollen da oben. Und Nintendo war immer sehr raffiniert, auch durch ihre Erfahrungen mit den Aktionären umzugehen. Zum Beispiel dieser Move auf Mobile jetzt, hat ihnen ja ihren Aktienwert nicht verdoppelt, aber ist in die Höhe gegangen, mit dem Mario und dem ganzen Geschichten. Ja, irrsinnig. Die Nintendo-Aktie ist, keine Ahnung, über 200 Dollar oder sowas? Absurd. Ist nicht absurd, das ist Nintendo, ja? Ja, weil wenn es halt vergleichen... Das gleiche Argument ist mit Apple, ja, als die Apple-Aktie durch die Decke gegangen ist. Ist erst mal egal, aber der Witz ist, sie sind auf Mobile gegangen, sie haben das Mario angekündigt, aber es ist ja eigentlich nur ein Runner, ja? Auch wenn er der beste Runner aller Zeiten wird, ist erst mal völlig egal. Weil sie benutzen die Mario-IP, existierende Genres auf einem anderen Device zu machen und haben die Aktionäre damit zufriedengestellt. Ich als Aktionär, wenn ich jetzt mal den Mobile-Push unterstützt hätte, würde sagen, hör mal zu, ihr müsst jetzt ein volles Mario auf Mobile bringen, sonst ist es nur halbherzig. Ich glaube einfach, dass sie mit ihren IPs in anderen Bereichen wie auf Mobile, was ihr schon mal gesagt habt, indirekt ihr Ökosystem anteasern. Und wenn die Leute wirklich das wahre Ding haben wollen, müssen sie eine Switch kaufen, das hatte ich ja schon mal erzählt, das wird sicherlich passieren. Ich glaube, dass wir nie ein volles Zelda haben werden oder Mario auf Mobile, glaube ich nicht. Und was Third-Party angeht, das kommt daher, dass viele sich beschweren, dass niemand Geschäft auf Nintendo macht, also Nintendo selber, dass Leute Schwierigkeiten haben, profitable Spiele zu machen auf Nintendo. Es sei denn, du gehst auf die Nintendo-Plattform und machst etwas exklusiv und umarmst die gesamte Plattform. Dann ist es allerdings so, wenn das Spiel so gut ist, dass Nintendo dann direkt deinen Titel nimmt und dann bist du gar nicht mehr Third-Party. Das ist immer so die Problematik, dass Nintendo immer so eine Sonderrolle spielt, dass du nicht einfach portieren kannst, sondern du musst was ganz Spezielles, Neues machen für die Nintendo-Plattform. Und das ist dann wiederum nicht portable auf PlayStation 4 oder auf Xbox. Und dadurch kommst du so in die Bredouille, was die Wirtschaftlichkeit angeht, wenn du so ein großer Publisher bist und irgendwie 120 Millionen Entwicklungskosten hast, wenn das reicht. Aber was den Leuten immer vorschwebt, glaube ich, ist ja, dass sie denken, die Nintendo-Marken sind so stark, aber sie schaffen es nicht oder jetzt in der letzten Zeit, also seit der Wii nicht mehr, also eine Generation nicht mehr, so eine riesige Verbreitung zu haben. Und wenn sie das jetzt einfach komplett auf allen Plattformen ausspielen könnten, würden sie mehr Geld verdienen. Aber ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten damit, also glaubst du, Nintendo als Third-Party würde das Unternehmen mehr Geld verdienen als jetzt? Kurzzeitig. Kurzzeitig ja. Und in fünf bis zehn Jahren würde sich das rechnen. Das ist das Problem. Und genau darum geht es ja. Du verramschst ja deine Marke für andere. Dann macht plötzlich Google und Apple machen 30 Prozent von deines Gewinns, das ist das Erste, was passiert. Das Zweite, was passiert ist, dass du massig Konkurrenz hast. Du bist nicht mehr exklusiv auf deiner Plattform. Und dann hast du ja irgendwann den Minishing Returns. Dann kannst du das dritte Mario mal bringen, aber es interessiert keinen mehr, weil das erste Mario ist gut genug auf so einem Handy, weil so großen Fortschritt machen die ja nicht. Und das Gleiche mit Zelda. Das heißt, du machst am Anfang einen riesen Schub und dann machst du tolle Geschäfte und dann irgendwann in zehn Jahren will das keiner mehr sehen. Und das ist, glaube ich, das Problem, was dann niemand sieht, der so kurzfristig denkt. Der Konsolenmarkt funktioniert eigentlich auch nur deswegen, weil er alle fünf Jahre oder sechs Jahre sich neu erfindet. Also er macht einfach einen komplett Reset und eigentlich zwingt er dich, neue Konsole zu kaufen, damit du neue Spiele spielen kannst. Das ist ja so das Ding. Und das würde dann kaputt gehen, weil das existiert nicht auf dem Mobile-Markt. Auf dem Mobile-Markt sind Spiele, auch wenn du neue Handys kaufst, immer noch gleich aktuell, auch wenn sie drei Jahre alt sind. Und das würde dann halt einmal einen tollen Umsatz bringen, aber danach nicht mehr. Ich glaube nicht, dass das funktionieren würde. Also ich wäre ein großer Gegner davon, wenn ich jetzt mal Großaktionär von Nintendo wäre und alle anderen würden Nintendo dahin schubsen, zu sagen, bringt eure Spiele auf anderen Plattformen, auf Playstation und auf Mobile und sowas, würde ich ein riesen Gegner davon sein. Weil das ist ja die Value, die Nintendo hat. Wenn du die Hardware wegdenkst, du denkst halt an Nintendo und nicht an die Wii oder an Gamecube. Du denkst mal Nintendo immer an Mario, an Zelda, an keine Ahnung was. Und an Pokémon. Ja, oder halt noch jetzt an die Wii-Ära, mit, keine Ahnung, hier Wii Sports, Tennis und so. Also dieses Ganze, was man so als Partyspiele bezeichnet hat. Ja, witzigerweise, die Partyspiele, ein interessanter Forschungszweig, dass man da mal nachverfolgt, warum die gestorben sind. Das war ja mal riesengroß, von Let's Dance und den Singstars und wie sie alle heißen. Die kannte jeder, jeder hat sie gespielt, auf jeder Party waren die Dinger an und so weiter. Ja, jetzt. Ja, die populäre Theorie ist ja eigentlich immer gewesen, dass den Leuten halt die alten Dinger genügen. Also, dass sie dann halt nochmal irgendwie Wii Sports Bowling aus dem Schrank kramen und es aber einfach keinen Bedarf gibt für Updates und dass die Leute halt vielleicht auch immer noch mit ihren alten Rockstar-Kids oder so glücklich sind. Und das beweist genau die Auswahl, die ich dir gemacht habe. Ja, wenn du einen Singstar nimmst auf einer Playstation 2, ist das heute immer noch gut genug, ja, Spaß zu haben. Du musst nicht unbedingt eine Playstation 4 haben und da das neueste Singstar drauf zu haben. Das brauchst du einfach nicht. Und genau das würde passieren, wenn Nintendo ihre IPs auf andere Konsolen bringt. Weil die Konsole lebt ja davon, eigentlich immer eine Reset zu machen, dass du das Gefühl hast, dass die alte ist zu alt, die richtig tollen Spiele gibst du auf der neuen. Und das passiert dann halt in dem Fall. Und das ist, glaube ich, Guitar Hero, Singstar und den ganzen Bowlings und Tennis und sowas passiert. Die waren gut genug auf der alten. Auf einer Wii hast du immer noch sehr viel Spaß, wenn du die Dinger spielst. Da brauchst du nicht unbedingt eine neue Konsole. Ist das dann auch eine Gefahr für das, was jetzt hier da mit PS4 Pro und der Scorpio passiert? Weil im Grunde genommen, das ist ja so ein Ding, wo man auch denken könnte, so naja, aber die alte PS4 ist ja auch noch gut genug und die wird auch supported. Ja, es ist natürlich ein schleichender Prozess. Ja, also wenn wir jetzt zwei Jahre in Zukunft denken, gibt es nur Scorpius und die Pro und die alten gibt es ja gar nicht mehr. Das heißt, über die Hälfte des kaufkräftigen Marktes besitzt die neue Konsole und ab da kannst du auch Spiele rausbringen, die nur exklusiv auf den neuen laufen. Es ist ja bei Konsole wirklich so, dass die Konsole relativ schnell altert im Besitz eines Kunden. Also im Schnitt, ich kann das mal erklären, sagen wir mal, im Schnitt kauft am PlayStation 4 Benutzer sieben Spiele. Und wenn du die sieben Spiele kaufst, kauft er die meisten dieser sieben Spiele im ersten Jahr, wo du die Konsole besitzt. Das heißt, im dritten, vierten Jahr ist dieser Kunde als potenzieller Käufer komplett uninteressant geworden. Und dadurch können sie diesen Trick bringen. Der Grund, warum sie dieses Upgrade machen, ist ja, weil sie den Lebenszyklus der Konsole verlängern müssen, weil die Entwicklungszeiten zu lang geworden sind von den Spielen. Deswegen müssen sie jetzt anstatt fünf, sechs Jahre, wenn es geht, sieben, acht Jahre leben mit der Konsole. Und, ganz wichtig, dass jetzt Hardware-hungrige Geschichten kommen, die eine schnelle Konsole brauchen, wie VR oder noch andere Sachen, wo sie da basteln. Und deswegen müssen sie den Markt langsam dahin pushen. Und wenn man jetzt bedenkt, derjenige, der die erste PlayStation gekauft hat, für Samar, du hast einen PlayStation für 400 Euro gekauft. Und in zwei Jahren kommt ein PlayStation Pro exklusives Spiel raus, wo du sagst, das ist echt geil. Zu dem Zeitpunkt kostet die Konsole nur noch 120, 130 Euro. Dann nimmst du die kosten mit mit dem Spiel. Dann modtest du deine alte Konsole ein und schließt die neu an. Und darauf, glaube ich, setzen sowohl Microsoft als auch so mit, dass die meisten Leute das dann machen werden zu dem Zeitpunkt. Was ja auch kein Problem ist. Entwicklungszeiten halte ich auch noch hier auf meiner Liste. Glaubst du, dass die NX oder Switch, wie sie ja jetzt heißt, dadurch, dass die ja, sag ich mal, vielleicht noch so eine halbe Hardware-Generation zurückhängt, macht das die Entwicklung noch irgendwie günstiger für die Konsole oder ist die schon zu fortschrittlich und es ist dann auch so teuer? Also für die Switch zu entwickeln ist günstig aus mehreren Gründen. Zum einen, weil viele Entwickler die Tools schon haben, weil da Ding, da ist ein Standard-Prozessor drin, ein Standard-NVIDIA-Grafikkarte drin. Das heißt, du musst keinen Aufwand treiben, eine neue Technologie zu schreiben. Du kannst eine alte Technologie, diese relativ schnell portieren. Mobile-Entwickler haben einen riesen Vorteil, weil sie dieses, was Mobile heißt, schon relativ schnell Intus haben. Deswegen glaube ich, dass die Entwicklung auf der Switch um einiges günstiger sein wird als auf der Wii U beziehungsweise auf der PS4 oder Xbox. Du kannst mit Standard-Tools und Standard-Know-How relativ gute Spiele bringen. Neben dem Fact, dass es schon Unity und Unreal da drauf gibt. Das sind so Sachen, wo ich sagen muss, dass es wahrscheinlich sehr viel einfacher ist, da drauf zu entwickeln. Was den Nachteil haben könnte, da mache ich mir so ein bisschen Sorgen drum, dass es so eine Software-Schirme geben wird für die Switch, wo der ganze Schrott drüber geportiert wird. Und das wäre nicht so gut. Wobei Nintendo ja traditionell, also auch da sind es ja sozusagen Vorreiter gewesen, damals mit Nintendo Seal of Quality und so, auch unter den Nachwirkungen von dem Konsolen-Crash damals. Die waren schon immer ganz gut, was so Gatekeeping angeht, dass sie da ihr Haus ein bisschen sauber halten und nicht jetzt App-Store-mäßig einfach alles drauf klatschen. Ja, hat aber ein bisschen nachgelassen, aus dem Grund, dass sie haben diese Qualitätsschwelle, über die du drüber springen musst, damit du überhaupt rausgehst, haben sie ein bisschen gesenkt. Aus dem Grund, weil da nicht mehr so viele Leute entwickeln wollten auf ihrer Wii U. Und deswegen haben sie das ein bisschen gesenkt, um die Leute einfacher zu machen, drauf zu kommen. Aber wenn das passieren wird, ist Nintendo der Erste, der da relativ rigoros dann sauber macht. Ja, da sind sie bekannt dafür. Und das ist ja auch wieder abhängig. Also wenn jetzt sich die Switch besser im Markt platzieren kann, dann werden sie wahrscheinlich auch sehr schnell dabei sein, da die Regeln wieder ein bisschen zu verschärfen. Genau. Das war ja beim NES damals so, dass sie da so richtige Hardcore-Regeln hatten. Also du durftest, glaube ich, dann auch nur drei Spiele im Jahr überhaupt auf der Konsole rausbringen, Anfangs und sowas. Und du musstest diesen ganzen Zertifizierungsprozess durchlaufen und, 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 und. Es ging so weit, dass Leute, die nur zwei Spiele gemacht haben, ihren dritten Slot in Saatme verkauft haben. Ja, genau. Das ist übrigens auch eine interessante Frage. Dadurch, dass das Ding cartridge-basiert ist, ist es noch signifikant teurer dann in der Herstellung als in einem Disc-Based Medium? Nein. Also, es ist immer so eine Sache, was, geh doch mal in den Medienmarkt und geh an die Kasse und guck in die Ramschkiste nach und such dir mal den größten Memoristick raus, den du da hinterhergeschmissen kriegst für ein paar Euro. Du kriegst ja heutzutage als Werbegeschenk schon 32 GB Memoristicks geschenkt. Die Dinger kosten nichts mehr. Und die, wie groß sind die Spiele heutzutage? Ja, also so zwischen 25 und 50 Gig. Ja, 50 Gig sind die Spiele, die mit irgendwelchen 4K-Textures auf 4K-Sony-PS4 laufen. Aber auf so einer Switch brauchst du das ja gar nicht. Und deswegen, also wenn so ein Spiel mal 32 GB braucht, dann ist es schon riesig. Deswegen glaube ich nicht, dass das eine Rolle spielen wird. Und die Kosten von so einer 32 GB ist ja genull. Ja, also das gehört auch zu dem, was ich mir so angelesen habe dazu. Im Grunde genommen könnte es in dem Kontext ja auch sogar ein Vorteil sein, oder? Also so von einer Cartridge dann halt das Ding direkt ausgelesen und so. Bei einer PS4 und bei einer Xbox One und so. Du musst ja eigentlich immer noch installieren, weil wahrscheinlich das von der Disk alles nicht schnell genug runtergeschaufelt werden kann. Das ist einfach der Bottleneck und eine Cartridge, je nachdem welchen Slot sie verwenden, da muss man noch aufpassen, welche Technologie kann um ein Vielfaches schneller sein. Wenn sie natürlich da gespart haben, dann ist auch der Cartridge-Slot ein engen Pass. Da muss man mal gucken, wie sie es aufgebaut haben. Aber du, ich halte Cartridges wieder für zukunftsfähig. Ich war ja auch erstaunt, warum weder Sony noch Xbox eine SSD eingebaut haben, sondern ihre blöden Festplatten da reingeklebt haben. Weiß ich ja auch nicht, keine Ahnung. Weil SSD ist so billig geworden inzwischen. Und es ist ja so, dass es immer billiger wird. Es ist ein exponentieller Prozess, der durchläuft. Deswegen, wenn Nintendo weise ist, wenn du jetzt 32 GB Maximum auf so einer Karte packst, sagen wir mal als Beispiel, dann kannst du ja in zwei Jahren 256 GB draufpacken für den gleichen Preis. Ja, genau. Also auch da, ehrlich gesagt, also das, ich meine, sie hatten wahrscheinlich eh keine andere Wahl für ein mobiles Ding. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass da einfach Diskbase für eine Konsole, die dann auch mobil genutzt werden soll, einfach gar nicht in Frage kommt. Aber zum jetzigen Zeitpunkt hat man schon den Eindruck, dass das vielleicht sogar ein Vorteil sein könnte und nicht nur eine zweckmäßige Lösung. Genau. Und neben dem Vorteil, dass du einen Custom-Slot bauen kannst und dadurch die Raubkopien unterbindest. Genau. Und du musst halt vielleicht nicht auch, keine Ahnung, also was müssten sie denn da auch für ein Laufwerk einbauen, das dann genügend Speicherplatz hat oder sonst irgendwas, wo sie dann am Ende vielleicht wieder Lizenzen zahlen müssen und sowas, was dann in der Fertigung und so. Also ich glaube, das ist, glaube ich, weil ich das ab und zu auch diskutiert gesehen habe in Foren von Spielern, bei denen, glaube ich, immer noch so ein bisschen anhängt, dass Cartridges so rückständig ist und dann so ein bisschen an die N64-Ära erinnert, wo die Cartridge dann gegenüber der CD einfach so ein bisschen hinterherhängt. Ja, und da waren es, das waren aber rein die Kosten, ja, in dem Fall. Die Produktionskosten von Cartridges damals waren halt extrem hoch, weil die CD halt immens schnell im Preis gefallen ist, weil du halt sowohl Video als auch Audio als auch Spiele draufschippen konntest und die gesamten CD-Presswerke da sich gegenseitig unter Boden haben. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und diese Chips werden deswegen billiger, weil die gesamte Welt auf SSD geht. Die Notebooks, die Handys, alle brauchen SSD-Chips und die werden SSD-Chips, also diese Raumbausteine, und dementsprechend werden die sehr schnell billiger und mit immer mehr Kapazität. Und das spielt Nintendo in die Hände. Ja, ich habe sowieso das Gefühl, viel von der Diskussion ist noch so ein bisschen auf Missverständnissen basierend. Es gibt ja auch zum Beispiel überall jetzt diese Meldungen, dass der Aktienkurs von Nintendo gefallen ist nach der Ankündigung, was dann überall so ein bisschen gewertet wird, als die Investoren sind alle nicht besonders begeistert von dem, was sie da gesehen haben. Und tatsächlich scheint es so zu sein, dass bei ganz vielen Konsolen Ankündigungen Aktienkurs runtergeht, weil zum Beispiel vorher drauf gewettet wird, dass das eine super Ankündigung ist und man dann da Gewinne machen kann. Nintendo ist sowieso noch auf so einem Pokémon hoch, was langsam abgebaut wird. Irgendwo habe ich gestern gesehen, bei der Ankündigung der N64 zu den Gamecubes, der Wii, der Wii U und jetzt der NX, wo sie gezeigt haben, wie der Aktienkurs von Nintendo bei der Ankündigung sich verändert hat, ist immer das Gleiche. Also immer so minus 3% oder sowas. Und deswegen, das spielt keine Rolle. Aktionäre sind normalerweise diejenigen, die am wenigsten über den Spielemarkt Bescheid wissen. Ja, Ankündigung von der PS4, damals Sony-Kurs, glaube ich, minus 1% oder sowas. Ja, ich sage ja. Also auch da ist halt wieder, auch interessant übrigens ist ja, dass, ich habe gelesen, ungefähr 40% der Verkäufe von PS3 und Xbox 360 kamen erst relativ spät überhaupt im Lebenszyklus dieser Konsolen. Das heißt, es gibt eine ganz große Menge von Kunden, die relativ spät in dem Konsolenzyklus erst eintritt, also wenn halt die Preissenkungen durch sind. Und das heißt, das sind aber auch offensichtlich dann vielleicht Leute, denen jetzt die allerneueste Technik gar nicht so wichtig ist und das ist der Markt, für den Nintendo entwickelt. Ich sehe es andersrum. Das ist bei fast allen Konsolen der Fall gewesen, seitdem sie existieren, dass, sagen wir mal, fast die Hälfte Konsolen eigentlich verkauft wird, wenn die neue Konsole schon draußen ist. Das war da bei der PlayStation 2 ganz extrem, glaube ich. und der Grund ist, weil die alte Konsole dann fällt im Preis auf, sagen wir mal, 99 Euro und du dann einen Kundenkreis plötzlich zur Verfügung hast, der sich normalerweise die Konsole gar nicht leisten kann. Ja, der kann sich nicht 400 Euro da hinlegen und 60 Euro für ein Spiel. So, und dann geht der hin, der Kunde, und kauft sich für 99 Euro, das ist ein Mitnahmepreis, diese Konsole und kann die ganzen tollen Spiele spielen, aber geht dann meistens in den Use- oder in den Rentalmarkt rein. Ja, der geht in die Videothek und leistet sich das Spiel oder vom Nachbarn, vom Flohmarkt oder sonst was. Das heißt, die Softwareverkäufe gehen runter, aber die Anzahl der Hardware, die Sony dann verkauft, ist doch immer sehr, sehr gut. Also man sagt, dass nach der, wenn dieser, diese Phase einsetzt, dass der Einziger noch Geschäft macht, der Konsolenhersteller ist. Genau, auch da historische Anekdote, das Mega Drive, glaube ich, war es, und das Super NES, die sind, wenn man so Gesamtverkaufszahlen hinterher vergleicht, gar nicht so weit auseinander. Es sieht aus, als ob da Sega noch sehr wettbewerbsfähig war mit Nintendo und tatsächlich haben sie aber einen ganz großen Teil davon erst ganz spät hinterher in Brasilien verkauft, als die Konsole dann da, also quasi Restbestände dort sehr günstig verkauft wurden. Genau. Ja, haben wir noch was? Ach ja, genau, ich würde noch einmal fragen wollen zu den Lüftungsschlitzen. Wir glauben aber nicht, dass das Ding tatsächlich irgendwie eine Aktivkühlung braucht. Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Also selbst eine Passivkühlung würde reichen, je nachdem, wie hoch sich das Ding takt da drin. Der Chip ist bekannt dafür, dass er heiß läuft. Du kannst den Chip ja testen, ja, da hol dir von Nvidia da ihr komisches Shield. Nvidia Shield. Genau, das Nvidia Shield, da ist ja genau der gleiche Chip drin, wobei der gerüchteweise das Ding, was bei der Nintendo Switch drin ist, eine neuere Generation ist, sprich, die ist dichter gepackt und ich finde sie nicht mehr so heiß. Das müssen wir mal schauen, wie das Ding dann wirklich unter Volllast läuft. Es kann ja auch sein, dass sie das Ding hoch und runter takten, abhängig davon, ob es im Dock ist und eventuell kühlt das Doktorsteil dann, ich weiß es nicht, das werden wir mal sehen. Das sind dann interessante Dinge, wo dann iFixit die erste Switch auseinander nimmt und dann die Chips analysiert oder die ersten Leaks von Entwicklern, die die finalen Versionen in der Hand haben. Das ist aber eher Detail, aber dass es überhaupt Lüftungsschütze hat, hat uns dann so ein bisschen Sorge bereitet, dass sie dieses Temperaturproblem dann halt so in den Griff kriegen mussten, anstatt durch eine neue Fertigungstechnologie. Lass uns mal mit einer Prognose aufhören. Was glaubst du denn so nach, keine Ahnung, sagen wir mal drei Jahre so, wie viel haben sie verkauft von der Switch? Also über 20 Millionen bestimmt. Das ist ja jetzt so quasi Xbox One Niveau, Xbox One aktuell ungefähr bei 20 Millionen. Ja, wobei wir noch relativ früh sind im Zyklus. Ich glaube deswegen, dass sie so viel verkaufen, A, durch ihre IPs, B, weil das Ding sehr günstig sein wird, es wird günstiger als im Wii U sein, die Switch, und spricht zwei verschiedene Segmente an, nämlich einmal das Wii U-Publikum, einmal das Handheld-Publikum. Lass dich vergessen, es gibt keinerlei Handheld-Konsolen mehr, also es ist nur Nintendo ist der Marktdominant und verkaufen die Dinger wie Sau. Ich glaube, allein in Japan werden sie 6, 7 Millionen verkaufen, das ist ja schon mal Cheating. Das gleiche noch mal in den USA und den Rest dann noch oben drauf. Ich habe ein paar Umfragen gesehen, wo mehrere tausend Leute mitgemacht haben, ja, würdest du eine Switch jetzt preordern? Und da haben 87% der Leute gesagt, ja, klar hängt es am Preis ab, es hängt alle Spielen ab, die sie am Anfang rausbringen und so weiter. Aber ich glaube, dass Nintendo zufrieden sein wird, ob das Ding so ein Megahit sein wird und dass sie gleich 50, 60, 70 Millionen verkaufen wie bei der Wii, das werden wir mal sehen. Aber wenn der Preisverfall bei den mobilen Geräten, so wie es die Switch erlaubt, weil da rein nur Chips drin sind, heißt es, dass sie in zwei, drei Jahren das Ding für 99 Dollar verkaufen können. So ungefähr 49, wenn sie wollen. Guck dir mal das Software-Applet an von Amazon, das wird ja auch dir hinterher geschmissen. Und wenn sie das dann machen und den Preisverfall dementsprechend mitmachen von der Produktionssteigerung, glaube ich, dass sie da in Märkte reingehen können, wo die anderen Konsolen einfach alt aussehen, weil sie da den Preis nicht mitmachen können. Ehrlich gesagt, ich bin da echt recht optimistisch bei dem Ding. Ich habe das Gefühl, dass man unterschätzt, wie cool das in der Alltagsnutzung ist hinterher. Ich habe das Gefühl, dass sie vielleicht, also man sieht das neue Zelda in dem Trailer, man sieht schon ein neues Mario in dem Trailer. Ich hätte so ein bisschen die Hoffnung, dass sie vielleicht auch ein bisschen besser vorbereitet in die Generation diesmal reingehen. Ich sage mal 30, 10 pro Jahr im Schnitt hinterher in den ersten drei Jahren. Ich glaube, dass die echt mit dem Ding diesmal sehr viel besser starten werden und auch besser, dass es insgesamt viel besser funktionieren wird als die Wii U, die ja jetzt bei 14 ist. Ja, dann machen wir doch Folgendes, das wir uns in drei Jahren mal verabreden, hier wieder in gleicher Stelle und dann reden wir mal wieder, wie es gelaufen ist. Ja, genau, dann machen wir den Rückblick, den großen, ganz genau. Also ich bin echt gespannt. Also mich spricht das Ding total an. Ich glaube, die Stärke, die seine Nintendo-Marken ist auch etwas, was viele Leute echt nicht auf der Karte haben. Das ist unglaublich. Die haben 14 Millionen Wii U's und angeblich über 7 Millionen Mario Karts verkauft. Ja, das auch ja. 50 Prozent attached, also ich meine, welche anderen Spiele schaffen das? Ganz, ganz wenig. Aber du, ich bin händeringend hier nach Nintendo Switch-Entwicklern auf der Suche, dass wenn die die finale Hardware kriegen, ich sie jeden Tag nerven kann, vorbeikommen kann und das Ding benutzen. Das Ding unbedingt in der Hand haben. Ja, ich bin auch gespannt. Also klar, Batterielaufzeit, Gewicht und vor allem der Preis. Also das mache ich halt echt ein bisschen jetzt auch davon abhängig, weil du dann bei dem Preis dann auch noch mich noch optimistischer gestimmt hast. Also wie gesagt, ich hätte auf 300 getippt. Wenn das Ding nochmal deutlich günstiger ist als 300, glaube ich, dann ist es wirklich erfolgreich. Noch mal zur Erklärung, ja, da sind nur Chips drin und ein Display in der Batterie. Da ist kein Laufwerk drin, da ist keine Festplatte drin, das sind immense Kosten, die zwei Sachen. Da ist kein Netzteil drin, da hast du nur das Dock, wo das Netz halt dran ist und das kann relativ günstig sein, weil du niederrollt hast, und da nicht unbedingt eine Festplatte mit plus minus 12 Volt betreiben musst und das ist alles Standardware, die du in Massen jetzt schon, du könntest alle Bauteile, die das Ding hat, selber in China kaufen. Das ist alles von der Stange sozusagen, halt nur damit die Tendo mal nicht zusammengeschraubt. Deswegen vom Preis her, von der Produktion her, ist das Ding mega günstig. Ist wie ein Tablet. Und da guckt die die Tabletpreise an. Und deswegen, also das Ding wird unter 200 Euro rausgehen, wenn Nintendo wirklich den Markt aufräumen will, sagen sie 149. Da bin ich mal gespannt. Nintendo finde ich, was so Preisgestaltung beim Start angeht, hatte ich das Gefühl, dass sie im Zweifelsfall dann doch erstmal ein bisschen großzügiger. Leider, weil sie genau wissen, dass sie ihrer Fanbasis zu dem Preis zugreift. Deswegen können sie erstmal mehr verlangen und dann gehen sie im zweiten Jahr zu Weihnachten gehen sie dann runter das erste Mal. Ja, genau. So in der Art, das würde ich mir eher vorstellen. Wir werden uns in drei Jahren widersprechen. Ja, werden wir sehen. Ich wette mit dir die Nintendo Switch wird für 99 Euro im Laden stehen. Ich würde, da würde ich sagen, wie gesagt, also ich sage jetzt mal, sie starten mit 300 und dann nach drei Jahren sind sie vielleicht bei 150 oder 200. Nein, nein. Das Ding kann ja nicht teurer als eine Wii U sein. Das geht doch gar nicht. Wieso? Ist doch neu. Was hat der Damen mit dem Ding zu tun? Die neue Technik, da kann man doch immer erstmal mehr verlangen. Auch nicht teurer sein als eine Playstation 4. Wir sehen. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Auf jeden Fall sozusagen die Prognosen sind in den Büchern. Toi, super. Wir sind durch. Vielen, vielen Dank. Das war echt sehr interessant. Sehr, sehr gut. Ja, hat dann doch sehr viel länger gedauert, als ich dachte. Ja, ich weiß, ich habe auch schon gehört, dein Kind hat sich im Hintergrund auch schon beschwert. Wie geht es schlafen, genau? Ja, ja, super. Vielen Dank, dass du da warst. Wir sprechen uns spätestens in drei Jahren wieder. Ich hoffe allerdings früher. Okay, bis dann. Bis dann. Wir, meine Damen und Herren, hören uns nicht erst in drei Jahren wieder, sondern schon nächstes Wochenende. Vielleicht möchten Sie die Zeit bis dahin ja nutzen, diesen Podcast zu unterstützen. Entweder durch eine Fünf-Sterne-Wertung auf iTunes. Die hilft uns, in den Charts zu bleiben. Dadurch finden neue Menschen zu diesem Podcast, was wunderbar ist für alle Beteiligten. Oder Sie entscheiden sich, diesen Podcast finanziell zu unterstützen. Ab fünf Dollar bekommen Sie unser gesamtes Programm an Bonus-Folgen inzwischen durchaus stattlich ausgestattet mit Wertschätzungen, mit Besserwisser, mit zehn Jahre klüger und, und, und. Außerdem helfen Sie uns beim Erreichen eines mysteriösen 10.000-Dollar-Stretch-Goals und ich kann nur wieder betonen, wir können leider nicht sagen, was es ist. Es wird allerdings fantastisch werden. Ansonsten hätte ich immer noch den Verweis auf das Weltbeste-Spiele-Forum unter forum.gamespodcast.de, wer sich intellektuell wertvoll und respektvoll überspielt. Biele austauschen möchte ist dort genau richtig unter Facebook sind wir zu finden unter facebook.com slash auf ein Bier. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann vielleicht auch mal wieder mit einem genesenen Jochen Gebauer. Toi, toi, toi. Und bis dahin. Jochen Gebauer. Jochen Gebauer.